Die Morde des Herrn ABC von Agatha Christie Aus dem Englischen von Renate Weidbricht Gelesen von Rainer Bock Vorwort von Hauptmann Arthur Hastings In dieser Geschichte bin ich von meiner üblichen Methode abgewichen, nur Ereignisse und Situationen zu schildern, die ich selbst miterlebt habe. Ich darf hinzufügen, dass mein Freund Hercule Poirot sie sehr kritisch überprüft hat. Was die Aufklärung des besonders verzwickten ABC-Files angeht, kann ich nur sagen, dass ich Poirots Vorgehensweise einfach genial fand. Im Juni 1935 kehrte ich von meiner Farm in Südamerika für ungefähr ein halbes Jahr nach England zurück. Gleich nach meiner Ankunft besuchte ich meinen alten Freund Hercule Poirot in London. Er residierte nun in einer dieser neuen Etagenwohnungen mit Bedienung und sah großartig aus, kaum einen Tag älter als bei unserer letzten Begegnung. Sie haben sich beneidenswert gut gehalten, Poirot, sagte ich. Also wenn das möglich wäre, würde ich sagen, Sie haben weniger graues Haar als beim letzten Mal. Warum soll das nicht möglich sein? Das stimmt. Wollen Sie damit sagen, dass Ihr Haar nicht grauer, sondern schwarzer wird? Und genau das. Aber das erscheint mir sehr ungewöhnlich gegen die Natur. Ihre Gedanken sind wie immer logisch, einfach und arglos. Sie stellen etwas fest und nennen im selben Atemzug die Lösung, ohne es zu merken. Ich starrte ihn verdutzt an. Er lief wortlos ins Schlafzimmer und kam mit einer Flasche in der Hand zurück, die er mir überreichte. Einen Augenblick lang betrachtete ich sie verständnislos. Dann rief ich entsetzt, Poirot, Sie haben sich die Haare gefärbt. Genau. Du meine Güte. Wenn ich das nächste Mal komme, tragen Sie womöglich einen falschen Schnurrbart oder tun Sie das etwa bereits? Poirot zuckte zusammen. Er war ungeheuer stolz auf seinen Schnurrbart. Non, non, mon ami. Gott bewahre. Dieser Tag ist hoffentlich noch fern. Er zupfte heftig an seinem Bart, um mich von dessen Echtheit zu überzeugen. Ich fragte ihn, ob er seinen Beruf gelegentlich noch ausübe. Poirot gab mir keine direkte Antwort, sondern sagte stattdessen, Als ich hörte, dass Sie herüberkommen, sagte ich mir, es wird etwas Besonderes, Delikates geschehen. Wie in alten Zeiten werden wir zwei wieder zusammen auf Verbrecherjagd gehen. Es ist Ihr Schicksal, mich vor dem unverzeihlichen Fehler zu bewahren. Vor welchem unverzeihlichen Fehler? Das Offenkundige zu übersehen. Und? Ist dieses ganz besondere Verbrechen schon geschehen? Pas encore? Zumindest, das heißt, er hielt inne. Seine Hände schoben mechanisch ein oder zwei Gegenstände, die ich versehentlich verrückt hatte, an ihrem Platz zurück. Ich bin mir nicht sicher. Sein Ton war so merkwürdig, dass ich ihn überrascht ansah. Plötzlich nickte er entschlossen und lief zu einem Schreibtisch am Fenster hinüber. Er kam mit einem auseinandergefalteten Brief in der Hand zurück. Sagen Sie mir, mon ami, was Sie davon halten? Gespannt nahm ich dem Brief entgegen. Auf dickem, weißem Briefpapier stand in Druckbuchstaben Mr. Hercule Poirot. Sie bilden sich doch, allen Kriminalfälle lösen zu können, die für unsere beschränkte, britische Polizei zu schwierig sind, nicht wahr? Wir werden sehen, Mr. Clever Poirot, ob Sie clever genug sind, um dieser harte Nuss zu knacken. Achten Sie darauf, was am 21. dieses Monats in Andover geschieht. Hochachtungsvoll, Ihr ABC. Ich warf einen Blick auf den Umschlag. Die Adresse war ebenfalls in Druckschrift geschrieben. In London, WC1 abgestempelt, sagte Poirot. Also, was meinen Sie? Ich gab ihm den Brief achselzuckend zurück. Vermutlich ein Verrückter. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Sie scheinen dieses Schreiben sehr ernst zu nehmen, Poirot. Ein Verrückter ist immer etwas sehr Gefährliches. Ja, das stimmt natürlich, aber ich finde, es hört sich eher nach einem blöden Scherz an. Poirot schüttelte skeptisch den Kopf, sagte aber nichts. Was haben Sie in der Sache unternommen? Was kann ich schon machen? Ich habe den Brief Jeb gezeigt. Irr war derselben Meinung wie Sie. Ein dummer Scherz. Bei Scotland Yard gehen täglich solche Briefe ein. Aber Sie, nimm den hier ernst. Etwas an diesem Brief gefällt mir nicht, Eistings. Sein ahnungsvoller Ton machte gegen meinen Willen Eindruck auf mich. Ist das nur ein instinktives Gefühl von Ihnen? Nein, nein, Eistings, nicht instinkt. Mein Wissen, meine Erfahrung sagt mir, dass mit diesem Brief etwas nicht stimmt. Er gestikulierte heftig, da ihm die Worte fehlten, dann schüttelte er wieder den Kopf. Der 21. ist am Freitag. Wenn an diesem Tag in der Gegend von Andover ein spektakulärer Einbruch stattfindet, dann ich wäre erleichtert, wenn es nur ein Einbruch wäre. Das würde mich von einer ganz anderen Angst befreien. »Angst wovor?« »Mord«, sagte Hercule Poirot. Mr. Alexander Bonaparte Kast erhob sich von seinem Stuhl, kniff die kurzsichtigen Augen zusammen und spähte durch das schäbige Gästezimmer. Sein Rücken war verspannt vom krummen Sitzen. Als er sich streckte, hätte ein imaginärer Beobachter festgestellt, dass er viel größer war, als er wegen seiner gebeugten Haltung wirkte. Er lief zur Tür, an der ein abgetragener Mantel hing, nahm ein Päckchen billiger Zigaretten und Streichholzer aus der Tasche und zündete sich eine Zigarette an. Dann setzte er sich wieder an den Tisch. Er griff nach einem Eisenbahnfahrplan und schlug etwas nach. Dann nahm er sich eine maschinengeschriebene Namensliste vor und machte einen Haken hinter einen der ersten Namen. Es war Donnerstag, der 20. Juni. Poirots Vorahnungen hatten zwar Eindruck auf mich gemacht, aber ich muss gestehen, dass ich am 21. gar nicht mehr an den anonymen Brief dachte. Er fiel mir erst wieder ein, als Oberinspektor Jepp von Scotland Yard bei meinem Freund Poirot erschien. »Haben Sie schon von Monsieur Poirots anonymen Brief gehört?« fragte er mich. »Wie, oui. Ich habe Ihnen Hastings bereits gezeigt.« »Natürlich!« rief ich aus. »Den hatte ich fast vergessen. Darin wurde doch ein Datum genannt, oder?« »Ja, der 21.«, sagte Jepp. »Deshing kam ich vorbei. Gestern war der 21. und abends rief ich aus reiner Neugier in Endover an. Es war nichts passiert. Der Brief war also tatsächlich nur ein dummer Schatz. Unser belgischer Freund war ausnahmsweise einmal auf dem Holzweg.« Er lächelte Poirot an. »Nun muss ich leider gehen. Ich habe hier in der Gegend noch etwas zu erledigen. Ich dachte, ich schaue kurz rein und sage Ihnen Bescheid, damit Sie sich keine Gedanken mehr machen. Es wäre ein Jammer, diese kleinen, grauen Zellen unnötig arbeiten zu lassen.« Mit diesen Worten und einem herzhaften Lachen verabschiedete er sich. »Hm, diesmal scheine ich mich tatsächlich geirrt zu haben. Ich dachte wirklich, dass an diesem Brief etwas faul ist, dass er kein dummer Scherz ist. Oh, mon Dieu, ich werde langsam alt und misstrauisch.« »Wenn ich mit Ihnen auf Verbrecherjagd gehen soll, müssen wir uns einen anderen interessanten Fall suchen«, sagte ich. »Dann vergnügten wir uns damit, uns das perfekte Verbrechen auszudenken, wie man ein Menü zusammenstellt«, bis nach etwa einer Stunde das Telefon klingelte. Poirot stand auf und ging an den Apparat. »Hallo?« »Wie, hier ist Hercule Poirot.« Er hörte ein oder zwei Minuten lang zu, dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Seine Beiträge zu dem Gespräch waren kurz und unzusammenhängend. Er legte den Hörer auf und kam zu mir zurück. »Das war Jeb Hastings.« Er kam gerade in sein Büro zurück und fand eine Nachricht aus Endover vor. »Endover!« Eine ältere Frau namens Eschar wurde in ihrem kleinen Tabakladen ermordet aufgefunden. »Ich glaube, ich war ein bisschen enttäuscht. Ein Mord an einer älteren Frau, die einen kleinen Tabakladen hatte, erschien mir irgendwie gemein und uninteressant. Poirot fuhr mit ernster Stimme fort. Die Polizei von Endover glaubt, den Mörder zu kennen und bald verhaften zu können. Nun war ich wirklich enttäuscht. Die Frau scheint Streit mit ihrem Mann gehabt zu haben. Er trinkt und drohte ihr schon mehr als einmal, sie umzubringen. Trotzdem möchte die dortige Polizei den anonymen Brief sehen, den ich erhielt. Ich sagte, dass wir beide sofort nach Endover aufbrechen. Das hob meine Stimmung ein wenig. Immerhin handelte es sich um ein Verbrechen, so gemein und banal es auch sein mochte. Die nächsten Worte Poirots überhörte ich fast, doch später kamen sie mir wieder in den Sinn, denn sie erwiesen sich als prophetisch. »Das ist der Anfang«, sagte Hercule Poirot. Auf dem Polizeirevier in Endover empfing uns Inspektor Glenn, ein großer, blonder Mann, mit einem gewinnenden Lächeln. Ich denke, ich sollte zunächst einmal kurz die nüchternen Tatsachen des Falls wiedergeben. Das Verbrechen wurde am 22. Juni um ein Uhr früh von Wachtmeister Dover entdeckt. Als er auf seiner Runde die Tür des Tabakladens kontrollierte und merkte, dass sie nicht abgeschlossen war, ging er hinein und dachte zuerst, es sei niemand da. Doch als er mit seiner Taschenlampe hinter den Ladentisch leuchtete, erblickte er die zusammengekrümmte Leiche der Ladenbesitzerin. Der Amtsarzt, der kurz darauf mit der Polizei am Tatort eintraf, stellte fest, dass die Frau durch einen schweren Schlag auf den Hinterkopf getötet worden war, vermutlich, als sie sich umgedreht hatte, um ein Päckchen Zigaretten aus dem Regal hinter dem Ladentisch zu holen. Der Tod schien vor sieben bis neun Stunden eingetreten zu sein. »Aber wir konnten den Zeitraum inzwischen weiter eingrenzen«, erklärte der Inspektor. »Wir haben einen Mann ausfindig gemacht, der abends um halb sechs in dem Laden Tabak kaufte. Und ein zweiter Mann ging um fünf nach sechs hinein und dachte, es sei niemand da. Der Mord muss also zwischen 17.30 Uhr und 18.05 Uhr geschehen sein. Bisher konnte ich noch keinen Zeugen finden, der diesen Asher in der Nähe des Ladens sah, aber dazu ist es natürlich auch noch zu früh. Um neun Uhr abends war er im Gasthaus Three Crowns und schon ziemlich angetrunken. »Wenn wir ihn aufstöbern, werden wir ihn wegen Tatverdachts verhaften.« »Kein besonderes sympathischer Mensch, dieser Asher wie?« fragte Poirot den Inspektor. »Nein, ein sehr unangenehmer Kerl.« »Er lebte nicht mit seiner Frau zusammen?« »Nein, sie haben sich schon vor Jahren getrennt.« »Asher ist Deutscher. Er war früher Kellner, aber dann begann er zu trinken und wurde arbeitsunfähig. Seine Frau arbeitete eine Zeit lang als Haushaltshilfe. Zuletzt war sie bei einer alten Dame, Miss Rose, als Köchin und Haushälterin beschäftigt. Als Miss Rose starb, hinterließ sie Mrs. Asher eine kleine Summe. Damit machte die Frau dann diesen Tabak- und Zeitungsladen auf. Es ist nur ein ganz kleiner Laden, sie konnte gerade so davon leben. Asher tauchte regelmäßig bei ihr auf, beschimpfte sie und drohte ihr mehrmals, als ihr eines Tages den Schädel einzuschlagen. Sie gab ihm jedes Mal ein bisschen Geld, nur um ihn loszuwerden. »Wurde etwas aus dem Laden gestohlen?« »Nein, die Kasse wurde nicht angerührt.« »Hatten die beiden Kinder?« »Nein, nur eine Nichte. Sie arbeitet als Hausmädchen in der Nähe von Overton. Eine sehr vertrauenswürdige und vernünftige junge Frau.« Ihrer Meinung nach kam dieser Asher also betrunken in den Laden, fing Streit mit seiner Frau an und erschlug sie am Ende. »Es ist noch zu früh, um das zu behaupten, Mr. Poirot, aber das scheint mir die plausibelste Erklärung zu sein. Dennoch würde ich gern noch einen Blick auf den Brief werfen, den sie erhielten.« Poirot reichte ihm den Brief und der Inspektor las in Stirn runzelnd. »Das klingt nicht nach Asher. Ich bezweifle, dass Asher unsere britische Polizei geschrieben hätte. Außerdem ist der Mann ein Wrack, ein Säufer. Mit seinen zittrigen Händen hätte er nie so akkurate Druckbuchstaben hinbekommen. Das Briefpapier ist von guter Qualität und die Tinte auch. Merkwürdig, dass in dem Brief der 21. dieses Monats genannt wird. Das könnte natürlich ein Zufall sein. Der Inspektor sah eine Weile schweigend vor sich hin. Dann fragte er mit gerunzelter Stirn, »ABC, was zum Teufel könnte das bedeuten? Mal sehen, ob uns die Nichte der Toten, Mary Drover, weiterhelfen kann.« Ein Wachtmeister kam herein. »Was gibt's, Briggs?« »Dieser Asher, Sir, wir haben ihn gefunden.« »Gut. Führen Sie ihn herein. Wo war er?« »Er hatte sich in einem abgestellten Güterwagen versteckt, Sir.« Franz Asher war tatsächlich ein völlig verwahrloster und ausgesprochen unsympathischer Kerl. Er winselte und tobte abwechselnd. Seine trüben Augen huschten argwöhnisch von einem Gesicht zum anderen. »Was wollen Sie von mir? Ich habe nichts getan. Warum sind alle so gemein zum Arm halten, Franz?« Er begann zu heulen. »Es reicht, Asher«, sagte der Inspektor. »Reißen Sie sich zusammen.« »Ich habe keinerlei Anschuldigungen gegen Sie erhoben. Noch nicht. Andererseits, wenn Sie nichts mit dem Mord an Ihrer Frau zu tun haben.« »Ich habe Sie nicht umgebracht. Das sind alles Lügen. Ihr verdammten englischen Schweine seien alle gegen mich.« »Können Sie mir sagen, wo Sie gestern Abend waren, Asher?« »Ja, natürlich. Ich erzähle Ihnen alles. Ich war nicht einmal in der Nähe von Alice. Ich war mit Freunden zusammen. Zuerst waren wir im Seven Stars, dann im Red Dog.« Er wurde immer fahriger und lauter. »Dick Willows war dabei. Und der alte Curdy und Platt und noch ein paar Kumpel. Herr Gott, noch mal. Ich sage Ihnen doch die Wahrheit.« Der Inspektor nickte dem Wachtmeister zu. »Führen Sie ihn ab. Wir nehmen ihn in Untersuchungshaft.« Als der zitternde alte Mann mit dem bösen und lauten Mundwerk weg war, sagte der Inspektor, »Wenn der Brief nicht wäre, würde ich sagen, er war es.« »Was ist mit den Männern, die er nannte?« »Eine üble Bande. Keiner von denen würde vor einem Main-Ei zurückschrecken.« Poirot schüttelte nachdenklich den Kopf. »Sind Sie ganz sicher, dass nichts aus dem Laden gestohlen wurde?« Der Inspektor zuckte die Achseln. »Vielleicht ein oder zwei Päckchen Zigaretten, aber dafür würde doch kein Mensch einen Mord begehen.« »Und es wurde auch nichts, wie soll ich sagen, in dem Laden zurückgelassen.« »Da lag ein Eisenbahnfahrplan.« »Ein Eisenbahnfahrplan?« »Ja. Einer von denen, die man nur in größeren Schreibwarenhandlungen bekommt. Er lag aufgeschlagen mit dem Rücken nach oben auf dem Ladentisch. Es sah aus, als hätte jemand aus dem Abfahrtsplan von Andover einen Zug herausgesucht.« Poirots Augen begannen zu funkeln. Er beugte sich vor. »Ein Fahrplan, sagen Sie? Ein Brätschockkursbuch oder ein ABC-Fachplan?« »Bei Gott!«, rief der Inspektor aus. »Es war ein ABC-Fachplan.« »Ich glaube, mein Interesse an dem Fall erwachte mit dieser ersten Erwähnung des ABC-Fachplans, der so genannt wird, weil darin alle Bahnhöfe in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind.« »In diesem Augenblick stockte mir das Herz vor Aufregung. Noch ein Zufall. Das konnte doch nicht sein.« Anschließend statteten wir dem Amtsarzt einen kurzen Besuch ab. »Sie bekam nicht mit, wer oder was sie niederstreckte?«, sagte Dr. Kerr. »Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Schwer zu sagen, was es gewesen sein könnte.« »Er forderte der Schlag viel Kraft?«, fragte Poirot. Der Arzt warf ihm einen forschenden Blick zu. »Sie meinen vermutlich, ob ein zittriger alter Mann von 70 Jahren ihn hätte ausführen können. Ja, sicher, das ist durchaus möglich.« »Dann hätte es also ebenso gut eine Frau gewesen sein können.« Diese Schlussfolgerung überraschte den Arzt etwas. »Eine Frau?« »Nun, ich gebe zu, dass mir das gar nicht in den Sinn kam. Möglich wäre das natürlich schon, aber vom psychologischen Standpunkt aus halte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass eine Frau dieses Verbrechen verübte.« »Ich bin ganz ihrer Meinung. Aber man muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen.« »Und wie lag die Leiche da?« Der Arzt gab uns eine genaue Beschreibung der Körperhaltung des Opfers. Seiner Meinung nach stand Mrs. Asher mit dem Rücken zum Ladentisch, also auch zu ihrem Angreifer, als der Schlag erfolgte. Als wir Dr. Kerr gedankt und uns verabschiedet hatten, sagte Poirot, »Sehen Sie, Estings, das ist ein weiteres Indiz für Ihre Aschers Unschuld. Wenn er seine Frau beschimpft und bedroht hätte, hätte sie mit dem Gesicht zu ihm hinter dem Ladentisch gestanden. Aber sie wandte ihrem Angreifer den Rücken zu, offenbar, um für einen Kunden Tabak oder Zigaretten aus dem Regal zu holen.« Ein Schauer überlief mich. Poirot schüttelte nachdenklich den Kopf. »Povre femme«, murmelte er. Dann sah er auf die Uhr. »Overton ist, glaube ich, nicht weit von hier. Wollen wir hinfahren und mit der Nichte der Toten sprechen?« Die Adresse, die der Inspektor uns gegeben hatte, gehörte zu einem stattlichen Haus, das ungefähr eine Meile außerhalb des Dorfes lag, unweit der Straße nach London. Auf unser Leuten erschien ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen mit rot verweinten Augen. Poirot fragte höflich. »Ich nehme an, Sie sind Miss Marie Drover, das Hausmädchen, oder?« »Ja, Sir. Ich bin Mary.« »Dürfte ich wohl ein paar Minuten mit Ihnen sprechen, falls Ihre Herrschaft nichts dagegen hat. Es geht um Ihre Tante, Misses Ascher.« Das Mädchen nickte mit Tränen in den Augen. »Die Dame des Hauses ist ausgegangen, Sir, aber sie hätte bestimmt nichts dagegen.« Sie öffnete die Tür zu einem kleinen Salon. »Sie hatten Ihre Dante wohl sehr gern, Marie«, fragte Poirot sanft. »Ja, ich mochte Sie sehr, Sir. Sie war immer gut zu mir. Nach dem Tod meiner Mutter kam ich zu ihr nach London. Ich war damals elf. Sie hat viel durchgemacht mit diesem Deutschen. Mein alter Teufel hat sie ihn oft genannt, den widerlichen Schmarotzer.« »Er hat Ihre Tante bedroht, nicht wahr?« »Oh, ja, Sir. Er hat abscheuliche Dinge zu ihr gesagt. Er würde ihr die Kehle durchschneiden und so was. Doch meine Tante sagte, er sei ein sehr stattlicher Mann gewesen, als sie ihn geheiratet hat.« »Da Sie diese Drohungen selbst gehört haben, Marie, waren Sie vermutlich nicht allzu überrascht, als Sie erfuhren, was geschehen war, oder?« »Oh, doch, Sir, ich war schockiert. Wissen Sie, ich dachte immer, das seien nur üble Sprüche. Ich hatte nie den Eindruck, dass meine Tante Angst vor ihm hatte. Manchmal schlich er davon wie ein geprügelter Hund, wenn sie ihm den Kopf gewaschen hatte. Er hatte Angst vor ihr.« Poirot schwieg eine Weile. Dann sagte er, »angenommen, er war es gar nicht.« »Er war es gar nicht?« »Ja. Nehmen wir einmal an, eine andere Person hätte Ihre Tante ermordet.« Sie starrte ihn immer noch mit großen Augen an. »Das ist doch ziemlich unwahrscheinlich, oder?« »Sprach Ihre Tante je von irgendjemandem, der etwas gegen Sie hatte.« »Nein, Sir, nie.« »Er riet sie vielleicht anonyme Briefe.« »Was für Briefe, Sir?« »Briefe, die nicht unterschrieben waren, oder unter denen nur ABC oder etwas in der Art stand.« Poirot beobachtete Mary genau, aber sie hatte wirklich keine Ahnung, wovon er redete. Er nickte nachdenklich und stand auf. »Falls ich weitere Auskünfte von Ihnen brauche, werde ich Ihnen hierher schreiben.« »Ja, aber ich will kündigen, Sir. Ich habe jetzt keinen Grund mehr, hier zu bleiben, darum gehe ich nach London zurück.« »Ich möchte Sie bitten, mir Ihre neue Adresse mitzuteilen, wenn Sie umziehen. Hier ist meine Karte.« Das Mädchen betrachtete sie mit einem verwunderten Stirnrunzeln. »Dann sind Sie gar nicht von der Polizei, Sir?« »No, no, ich bin Privatdetektiv.« Einen Augenblick lang stand sie nur da und sah Poirot schweigend an. »Geht denn irgendwas, also ich meine, Sonderbares vor, Sir?« »Wie, etwas an diesem Fall ist sehr sonderbar. Vielleicht brauche ich später noch Ihre Hilfe.« »Ich will alles tun, was ich kann, Sir. Es war nicht richtig, dass meine liebe Tante ermordet wurde.« Ihre seltsame Art, sich auszudrücken, rührte mich. Wir fuhren nach Endover zurück, und als wir in die Straße einbogen, in der die Tragödie geschehen war, sahen wir dort eine Menschenmenge, die neugierig den Ort betrachtete, wo ein anderer Mensch einen gewaltsamen Tod gefunden hatte. Vor einem kleinen schäbigen Laden, dessen Fensterläden nun geschlossen waren, stand ein müde wirkender Polizist, der die Menschenmenge unablässig aufforderte, weiterzugehen. Von dort, wo wir standen, war die Aufschrift auf der Tür gut zu lesen. A. Asher. »Kommen Sie, Astings, lassen Sie uns hineingehen.« Ich folgte ihm bereitwillig. Wir zwängten uns durch die Menge. Der junge Wachtmeister schloss die Tür auf und ließ uns hinein. Drinnen war es dunkel, weil die Fensterläden zu waren. Der Wachtmeister knipste das Licht an. Da die Glühbirne sehr schwach war, blieb es ziemlich duster. Ich sah mich um. Ein trostloser kleiner Raum. Ein paar billige Illustrierte, Tageszeitungen von gestern, Zigarettenpäckchen und Tabak, ein paar Gläser mit Pfefferminzbonbons und Zuckerstangen. Ein gewöhnlicher, kleiner Laden, wie es Tausende gab. »Sie lag zusammengesunken dort drüben, hinter dem Ladentisch«, erklärte der Wachtmeister. Poirot ließ den Blick langsam und forschend durch den Raum schweifen. »Und, ähm, wo lag der Verplan?« »Hier, Sir«, der Wachtmeister zeigte ihm die Stelle auf dem Ladentisch. »Mit dem Rücken nach oben und der Abfahrtsplan von Andover war aufgeschlagen.« »Fingerabdrücke«, fragte ich. Der Mann schüttelte den Kopf. Poirot fragte, ob die Tote über dem Laden gewohnt habe. »Ja, Sir, durch die Tür dort hinten, kommen Sie hinauf.« Hinter dem Laden lag ein winziger Raum, der Wohnzimmer und Küche in einem war. Er war sauber und aufgeräumt, aber düster und ärmlich möbliert. Auf dem Kaminsims standen drei gerahmte Fotos. Vom Wohnzimmer aus führte eine Treppe zu zwei weiteren Räumen hinauf. Der eine war völlig leer, der andere war das Schlafzimmer der Toten gewesen. Abgewetzte Laken auf dem Bett, mehrfach gestopfte Unterwäsche in einer Schublade, Kochrezepte in einer anderen, die Taschenbuchausgabe eines Romans mit dem Titel »Die grüne Oase«, ein paar Seidenstrümpfe, die im Gegensatz zu allem anderen ganz neu waren, ein paar Nippsachen aus Porzellan, ein schwarzer Regenmantel und ein Wollpullover, die an Kleiderhaken hingen. Das waren die weltlichen Besitztümer der verschiedenen Alice Asher. »Povre femme«, »gehen wir, Echtings, hier ist nichts, was für uns von Interesse wäre.« Draußen vor der Ladentür zögerte er einen Augenblick, dann überquerte er die Straße. Fast genau gegenüber war ein Obst- und Gemüseladen. Poirot gab mir leise ein paar Anweisungen, dann betrat er das Geschäft. Ich wartete ein Weilchen, dann ging ich auch hinein. Poirot suchte gerade einen Salatkopf aus und unterhielt sich dabei angeregt mit der fülligen Frau, die ihn bediente. »Gegenüber von Ihnen ist doch dieser Mord geschehen, nicht wahr? Möglicherweise haben Sie den Mörder sogar in den Laden gehen sehen. Es soll ein großer Blonder mit Bart gewesen sein.« »Abends haben wir mal am meisten zu tun. Ich kann nicht sagen, ob ich draußen einen Mann gesehen habe, auf den diese Beschreibung passt.« Nun mischte ich mich ein, wie vereinbart. »Entschuldigen Sie, Sir, aber ich glaube, Sie sind falsch unterrichtet. Meines Wissens war es ein kleiner, dunkler Mann.« Daraufhin entspann sich eine lebhafte Diskussion, an der sich die füllige Frau, ihr schmächtiger Ehemann und ein heiserer Ladenjunge eifrig beteiligten. Sie hatten gleich vier dunkle Männer gesehen und der Junge auch noch einen großen Blonden. »Was sollte das Ganze eigentlich, Poirot?«, wollte ich wissen, als wir das Geschäft verlassen hatten. »Ich wollte herausfinden, welche Chancen ein Fremder hatte, unbemerkt den Laden gegenüber zu betreten.« »Hätten Sie das die Leute nicht einfach fragen können?« »No, mon ami. Wenn ich das getan hätte, wären Sie so verschlossen wie Austern gewesen.« »Aber meine Behauptung und Ihr Widerspruch lösten Ihnen die Zunge.« »Jetzt wissen wir auch, dass um diese Zeit immer am meisten los ist.« »Unser Mörder hat den Zeitpunkt also gut gewählt, Eistings.« Poirot blieb auf dem Bürgersteig stehen. Links von Mrs. Aschers Laden war ein Haus mit schmuddeligen Mousselin-Vorhängen an den Fenstern. Auf dieses Haus steuerte Poirot nun zu. Er betätigte mehrmals energisch den Türklopfer. Nach einer Weile öffnete ein sehr schmutziges Kind mit Rotznase die Tür. »Guten Abend,« sagte Poirot, »ist deine Mutter zu Hause?« Erst nach ungefähr zwölf Sekunden reagierte das Kind auf seine Frage, drehte sich um und rief die Treppe hinauf. »Mama, da ist wer!« Eine Frau mit scharf geschnittenen Gesichtszügen warf einen Blick über das Treppengeländer und kam herunter. »Sie vergeuden nur Ihre Zeit!« begann sie, aber Poirot nahm seinen Hut ab und verbeugte sich galant. »Guten Abend, Madame. Ich bin von Evening Flicker und möchte Ihnen ein Honorar von fünf Pfund für einen Artikel über Ihre verstorbene Nachbarin, Mrs. Ascher, anbieten.« Die Frau verkniff sich die abweisenden Worte, die sie auf den Lippen hatte, fuhr sich übers Haar und zog ihren Rock zurecht. »Es tut mir leid, dass ich so unfreundlich war, aber Sie glauben gar nicht, wie penetrant diese Hausierer sein können. Dauernd kommen Sie vorbei und wollen einem irgendwas andrehen, Staubsauger, Strümpfe, Lavendelsäckchen und allen möglichen Kram. Wie wär's damit, Mrs. Fowler, oder damit, oder damit?« Poirot griff den Namen sofort auf. »Nun, Mrs. Fowler, ich hoffe, Sie erfüllen mir meine Bitte.« Mrs. Fowler sah die fünf Pfund vor sich. »Ich kannte Mrs. Ascher natürlich, aber etwas über Sie schreiben, ich weiß nicht.« Poirot versicherte ihr schnell, er wolle nur Tatsachen von ihr hören und würde das Interview dann selbst niederschreiben. Solchermaßen ermutigt gab Mrs. Fowler bereitwillig ihre Erinnerungen und Eindrücke sowie diverse Gerüchte wieder. »Sie war nicht gerade freundlich, aber sie hat auch viel durchgemacht, die arme Frau. Alle wussten das. Eigentlich hätte dieser Ascher schon vor Jahren hinter Gitter gehört, nicht, dass Mrs. Ascher Angst vor ihm gehabt hätte.« Erhielt Mrs. Ascher je irgendwelche merkwürdigen Briefe, Briefe, die nicht ordentlich unterschrieben waren, sondern nur mit ABC oder so? Leider konnte Mrs. Fowler uns das nicht sagen. »Soweit ich weiß, sah niemand diesen Ascher in den Laden gehen, oder?« Mrs. Fowler schnaubte verächtlich. »Hach, er hat sich natürlich nicht gezeigt.« Sie hielt es nicht für nötig, uns zu erklären, wie Mr. Ascher unbemerkt in den Laden gelangt sein könnte, bestätigte aber, dass das Haus keinen Hintereingang hatte und dass Ascher in der Nachbarschaft gut bekannt war. Poirot hielt das Gespräch noch eine Weile in Gang, bis er sich sicher war, dass Mrs. Fowler alles erzählt hatte, was sie wusste. Dann zahlte er ihr das versprochene Honorar und beendete das Interview. »Ziemlich leicht verdiente fünf Pfund,« bemerkte ich, als wir wieder auf der Straße waren. »Mein Freund, Mrs. Fowler hat uns alles erzählt, was sie zu wissen glaubt. Ihre Aussagen können sich noch als hilfreich erweisen. Diese fünf Pfund waren quasi eine Investition in die Zukunft.« Ich verstand nicht so recht, was er damit meinte, aber in diesem Augenblick lief uns Inspektor Glenn über den Weg. Er wirkte niedergeschlagen. Den ganzen Nachmittag lang hatte er Leute befragt, um eine Liste aller Personen zusammenzustellen, die den Tabakladen betreten hatten. Und niemand sah irgendwen hineingehen? »Oh, doch. Große Männer, die sich verstohlen umblickten, kleine Männer mit schwarzen Schnurrbärten, drei dicke Männer, zwei davon mit Bart. Mich wundert nur, dass niemand eine Bande maskierter Banditen mit Revolvern hineinstürmen sah.« Poirot lächelte mitfühlend. »Gab jemand an, diesen Ascher gesehen zu haben?« »Nein, niemand. Das ist ein weiterer Punkt, der für ihn spricht. Ich habe gerade mit dem Polizeichef gesprochen und ihm gesagt, dass das meiner Ansicht nach ein Fall für Scotland Yard ist. Ich glaube nicht, dass jemand von hier dieses Verbrechen beging.« Poirot nickte ernst. »Ich bin derselben Meinung.« Dann sagte er zu mir, »Wenn wir uns beeilen, mein Freund, könnten wir den Sieben-Uhr-Zug nach London noch erwischen.« »Und?«, fragte ich Poirot gespannt, als der Zug aus dem Bahnhof von Endover fuhr. »Der Mörderer ist ein mittelgroßer, rothaariger Mann, der auf dem linken Auge schielt. Er hinkt etwas auf dem rechten Bein und hat ein Muttermahl unterhalb des linken Schulterplatz.« Im ersten Moment war ich völlig perplex. Dann verriet mir das Augenzwinkern meines Freundes, dass er mich auf den Arm genommen hatte. »Puirot! Mon ami, was wollen Sie denn hören? Sie schauen mich treuherzig an und erwarten von mir eine Erklärung à la Sherlock Holmes.« »Wenn er nur irgendeine Spur hinterlassen hätte. Aber, mein Freund, Sie haben doch einen Hinweis, den ABC-Fachplan. Glauben Sie, er hat ihn aus Versehen liegen lassen?« »Natürlich nicht. Er hat ihn absichtlich dorthin gelegt. Das sagen uns die Fingerabdrücke.« »Aber es waren doch gar keine drauf.« »Essa?« »Ein Unschuldiger hätte Fingerabdrücke hinterlassen. Der Däter nicht.« »Sie meinen, daraus lassen sich Schlüsse ziehen?« »Ehrlich gesagt, Hastings, habe ich nicht viel Hoffnung. Dieser Mann, dieser Unbekannte, hält sich offenbar für besonders clever.« »Sie meinen also, dass dieser ABC-Fachplan uns auch nicht weiterhilft?« Poirot überlegte eine Weile, dann sagte er langsam, »Nicht auf die Weise, die Sie meinen, aber auf eine andere schon. Wir haben es mit einem Unbekannten zu tun. Der Mann schreibt sauber und deutlich in Druckschrift, benutzt teures Briefpapier und hat offenbar ein starkes Geltungsbedürfnis. »Ich sehe ihn als Kind vor mir, das möglicherweise vernachlässigt und benachteiligt wurde, als Heranwachsenden mit Minderwertigkeitsgefühlen, der sich ungerecht behandelt fühlte. Ich erahne einen inneren Drang, sich zu behaupten, mehr Macht zu erlangen. Rückschläge, widrige Umstände, die vielleicht weitere Demütigungen mit sich brachten.« Und irgendwann brannte bei ihm die Sicherung durch. »Das sind doch Mutmaßungen, keine konkreten Anhaltspunkte.« »Aber wir können uns zumindest ein paar konkrete Fragen stellen. Warum der ABC-Fachplan? Warum Mrs. Ascher? Warum Andover?« »Ich persönlich glaube, dass der Mörder nicht aus Andover stand. Und obwohl ich die ganze Zeit »R« sage, können wir nicht ausschließen, dass eine Frau im Spiel ist.« »Bestimmt nicht.« »Anonyme Briefe werden eher von Frauen als von Männern geschrieben,« sagte Poirot. »Das dürfen wir nicht vergessen.« In den folgenden Tagen hatte Poirot seltsamerweise gar keine Lust mehr, über den Fall zu diskutieren. Immer wenn ich das Thema anschnitt, winkte er gereizt ab. Insgeheim befürchtete ich, dass er sich deswegen so verhielt, weil er im Mordfall Ascher eine Niederlage erlitten hatte. ABC hatte ihn herausgefordert und gewonnen. Das machte meinem erfolgsgewohnten Freund so zu schaffen, dass er von diesem Thema nichts mehr hören wollte. Ich verstand und respektierte seine Gefühle. Daher erwähnte ich den Fall nicht mehr. Ehrlich gesagt hatte auch ich den Fall schon fast vergessen, als ich am 23. Juli plötzlich wieder an ihn erinnert wurde. Ich hatte Poirot ein paar Tage lang nicht gesehen, da ich übers Wochenende nach Yorkshire gefahren war. Ich kam am Montagnachmittag zurück, und der Brief kam mit der 6 Uhr Post. Ich erinnere mich noch, dass Poirot die Luft anhielt, als er diesen speziellen Umschlag öffnete. Er ist gekommen. Er ist gekommen. Ich starrte ihn verständnislos an. Das ist das zweite Kapitel der ABC-Geschichte, ey, Stings. Er reichte mir den Brief. Ihr lesen Sie. Lieber Mr. Poirot, nun, wie steht's? 1 zu 0 für mich, würde ich sagen. Die Sache in Andover war ein voller Erfolg, nicht wahr? Aber der Spaß beginnt ja erst. Diesmal möchte ich Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf Bexel on Sea lenken. Datum, der 25. dieses Monats. Ich finde unser Spielchen höchst amüsant. Ihr ABC. Großer Gott, Poirot! Heißt das, dass diese Bestie ein weiteres Verbrechen plant? Natürlich, ey, Stings. Was haben Sie denn anderes erwartet? Am nächsten Morgen nahmen wir an der ersten Beratung eines hochkarätig besetzten Krisenstabs teil. Der Polizeichef der Grafschaft Sussex, der Vize-Chef der Kriminalpolizei, Inspektor Glenn aus Andover, ein Kommissar Carter aus Sussex, Jepp und ein jüngerer Inspektor namens Chrome, sowie Dr. Thompson, der berühmte Psychiater, hatten sich versammelt, um den Fall zu erörtern. Es besteht kein Zweifel, sagte der Vize-Chef der Kripo, dass die beiden Briefe dieselbe Handschrift tragen, und wir können wohl davon ausgehen, dass Ihr Verfasser den Mord in Andover beging. Mit ziemlicher Sicherheit, sagte der Polizeichef von Sussex. Und nun erhielt mir eine klare Warnung vor einem zweiten Verbrechen, das morgen geschehen soll. Er sah seinen Kommissar an. Was können wir dagegen unternehmen? Eine schwierige Situation, Sir. Offen gesagt, ich weiß nicht, was wir da tun können. Ich habe eine Idee. Ich halte es für möglich, dass der Nachname des nächsten Opfers, das er im Auge hat, mit dem Buchstaben B beginnt. Ach, ein Alphabetkomplex, sagte Dr. Thompson nachdenklich. Das ist möglich. Andererseits kann der Name Escher auch purer Zufall gewesen sein. Wir haben es wohlgemerkt mit einem Psychopathen zu tun. Bisher haben wir noch keinen Hinweis, der Rückschlüsse auf sein Motiv zulassen würde. Hat ein Psychopathen überhaupt ein Motiv, Sir? fragte der Kommissar. Ja, natürlich. Eine fatale Logik ist das Hauptmerkmal einer akuten Psychose. Wir können zumindest gewisse Vorkehrungen treffen, Carter, und alle Einwohner von Bexel, deren Name B, beginnen, auflisten, insbesondere die Besitzer kleiner Läden. Und natürlich sollten alle Ortsfremden erfasst werden, soweit es möglich ist. Der Kommissar stöhnte. Jetzt, wo die Schulferien beginnen, diese Woche wird Bexel von Urlaubern förmlich überschwemmt. Wir müssen tun, was wir können. Poirot, sagte ich leise, als die Versammlung sich auflöste. Ein zweites Verbrechen lässt sich doch bestimmt verhindern, oder? Er erwiderte mit sorgenvoller Miene, Wahnsinn, ist eine schlimme Sache, Eistings. Ich fürchte, ich fürchte sehr. Ich weiß noch, wie ich am Morgen des 25. Juli aufwachte. Es muss ungefähr halb acht gewesen sein. Poirot stand neben meinem Bett und rüttelte mich an der Schulter. Ein Blick in sein Gesicht machte mich hellwach. Ich schnellte hoch und fragte, was ist los? Es ist geschehen. Was? Sie meinen, aber heute ist doch erst der 25. Es grischt ja letzte Nacht, oder vielmehr in den frühen Morgenstunden. Ich sprang aus dem Bett und während ich mich hastig anzog, erzählte er mir kurz, was er soeben telefonisch erfahren hatte. Die Leiche eines Mädchens wurde am Strand von Bexel gefunden. Sie wurde als Elisabeth Barnard identifiziert. Die junge Frau war Kellnerin in einem Café und wohnte bei ihren Älteren in einem neuen kleinen Bungalow. Nach Aussagen des Gerichtsmediziners trat er dort zwischen 23.30 Uhr und 1.00 Uhr früh ein. Und die Polizei ist ganz sicher, dass es sich dabei um das angekündigte Verbrechen handelt, fragte ich, während ich mir das Gesicht einseifte. May we? Unter der Leiche wurde ein ABC-Fachplan gefunden. 20 Minuten später rasten wir in einem Polizeiauto über die Thämse aus der Stadt hinaus. Im Wagen saß auch Inspektor Crome, der vorgestern an der Krisensitzung teilgenommen hatte und nun offiziell für den Fall zuständig war. Crome war ein ganz anderer Typ vom Polizist als Jeb und wesentlich jünger. Unlängst hatte er sich nach einer Serie von Kindesmorden durch seine geschickte Überführung des Täters, der nun in Broadmoor einsaß, großes Ansehen erworben. Er war bestimmt der geeignete Mann für diesen Fall, aber ich hatte den Eindruck, dass er davon selbst etwas zu überzeugt war. Sein Verhalten Poirot gegenüber war ein wenig gönnerhaft. »Wenn Sie noch mehr über den Fall wissen wollen, scheuen Sie sich nicht, mich zu fragen,« sagte er. »Gönnen Sie uns vielleicht eine nähere Beschreibung des Toten Mädchens geben.« »Diese Elizabeth Barnard war 23 und bediente im Café Ginger Cat.« »Passar, ich meine, war sie hübsch?« »Darüber liegen mir keine Informationen vor.« Inspektor Cromes Ton und Mimik verrieten, was er dachte. »Also wirklich, diese Ausländer sind doch alle gleich.« »Das erscheint Ihnen wohl nebensächlich, aber für eine Frau ist es von großer, oft sogar schicksalhafter Bedeutung.« Danach herrschte Schweigen. Erst als wir uns Seven Oaks näherten, stellte Poirot noch eine Frage. »Wissen Sie zufällig, wie und womit das Mädchen erwirkt wurde?« »Mit Ihrem eigenen Gürtel.« »Einem dicken Strickgürtel, soviel ich weiß.« »Aha, endlich eine Information, die einem etwas sagt, nicht wahr?« »Ich habe das Ding noch nicht gesehen.« In Bexhill wurden wir von Kommissar Carter empfangen. Er hatte einen nett und intelligent aussehenden jungen Inspektor namens Kelsey bei sich, der Crome bei der Arbeit unterstützen sollte. »Wir haben den Eltern des Opfers die Nachricht überbracht,« sagte der Kommissar zu Crome. »Aber ich wollte Ihnen etwas Zeit lassen, sich von dem Schock zu erholen, daher habe ich Sie noch nicht befragt.« »Gibt es noch weitere Familienangehörige?« »Ja, eine Schwester, die als Stenotypistin in London arbeitet. Und da ist noch ein junger Mann, mit dem das Mädchen gestern Abend verabredet gewesen sein soll.« »Hat der ABC-Fachplan irgendwelche Hinweise geliefert?« »Dort liegt er.« Der Kommissar deutete mit dem Kopf zu einem Tisch hinüber. »Keine Fingerabdrücke. Die Seite mit den Zügen nach Bexhill war aufgeschlagen.« »Ich werde mich jetzt an die Arbeit machen, Sir,« sagte Crome. »Ich gehe in das Café und suche am besten auch gleich die Eltern des Mädchens auf. Kelsey kann mitkommen.« »Und Mr. Poirot?« »Ich werde Sie begleiten,« verkündete Poirot mit einer kleinen Verbeugung zu Crome. Dieser schien leicht verärgert. »Was ist mit diesem Gürtel, mit dem sie erwirkt wurde? Mr. Poirot hält ihn für ein aussagekräftiges Beweisstück. Ich nehme an, er würde ihn gerne sehen.« »Pardutou! Sie haben mich missverstanden?« »Nun,« sagte Crome, »dann sollten wir uns jetzt besser auf den Weg machen.« Zuerst gingen wir ins Ginger Cat, ein typisches kleines Strandcafé mit runden Tischen und höchst unbequemen Korbstühlen. Das Frühstücksbuffet war gerade eröffnet worden. Die Geschäftsführerin Miss Marion buxierte uns in ein sehr unordentliches privates Hinterzimmer. »Das ist wirklich schockierend,« echauffierte sie sich. »An die Auswirkungen auf das Geschäft will ich gar nicht denken.« Miss Marion war eine magere Frau von vierzig Jahren mit dünnem, orange-rotem Haar. Sie hatte eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der rostfarbenen Katze auf dem Aushängeschild ihres Cafés. Nervös spielte sie mit den Rüschen an ihrer Arbeitskluft. »Was können Sie mir über das tote Mädchen erzählen, Miss Marion?«, fragte Crome. »Nichts! Absolut gar nichts!« »Seit wann arbeitete sie hier?« »Das war ihr zweiter Sommer!« »War sie hübsch?«, wollte Poirot wissen. Auch Miss Marion reagierte auf diese Frage mit dem »Oh«, dieser Ausländerblick. »Sie war ein nettes, adrettes Mädchen.« »Bis wann hat sie gestern gearbeitet?« »Bis acht Uhr? Wir schließen um acht.« »Sagte sie ihnen vielleicht, was sie gestern Abend vorhatte?« »Nein, natürlich nicht! So nahe standen wir uns nicht.« »Kam gestern Abend jemand ins Lokal, um sie von der Arbeit abzuholen?« »Nein!« »Wie viele Kellnerinnen beschäftigen sie?« »Ohne die Aushilfen zwei! Miss Banar und Miss Heile, eine sehr nette junge Dame.« »Vielleicht sollten wir auch noch mit Miss Heile reden, wenn sie gestatten.« Die katzenhafte, rothaarige Miss Marion verschwand, und kurz darauf stürzte ein molliges Mädchen mit dunklem Haar, rosigen Wangen und vor Aufregung aufgerissenen dunklen Augen ins Zimmer. »Sie sind Miss Heile?« »Ja, Miss Marion schickt mich.« »Kannten Sie Elizabeth Banar gut?« »Oh ja, ich kannte Betty, ich kann es immer noch nicht fassen. Es kommt mir so unwirklich vor. Betty hat selten gelacht oder Witze gemacht, aber Humor hatte sie schon. Sie war ruhig und doch wieder nicht. Würden Sie verstehen, was ich meine?« »Ich muss Inspektor Chrome zugutehalten, dass er eine Engelsgeduld bewies. Als Zeugin war die Dralle Miss Heile zum Haare raufen. Nach ihrer Vernehmung wussten wir kaum mehr als vorher.« Miss Heile war keine enge Freundin der Ermordeten gewesen. Ich glaubte, aus ihren widersprüchlichen Aussagen heraushören zu können, dass Elizabeth Banar sich ihr überlegen gefühlt hatte. Elizabeth Banar hatte einen Freund gehabt, der im Büro der Grundstücksmakler Court & Brunskill in der Nähe des Bahnhofs arbeitete. Miss Heile wusste nicht, wie er hieß, aber sie kannte ihn vom Sehen. Er sah gut aus. »Oh, sehr gut sogar!« Sie klang ein bisschen neidisch. Kurz gesagt, Elizabeth Banar hatte niemanden aus dem Café erzählt, was sie am Abend vorhatte, aber Miss Heile glaubte, dass sie mit ihrem Freund verabredet war. Sie hatte ein neues, weißes Kleid getragen. Die Eltern von Elizabeth Banar wohnten in einem einfachen, kleinen Bungalow. Mr. Banar, ein untersetzter Mann von Mitte 50, wartete bereits an der Haustür auf uns. Er wirkte verstört. »Kommen Sie herein, meine Herren«, sagte er tonlos. Inspektor Kelsey ergriff die Initiative. »Darf ich vorstellen, Inspektor Crome von Scotland Yard, Mr. Argyle Poirot, ebenfalls aus London, und, äh, ähm, Hauptmann Hastings«, ergänzte Poirot. »Sehr angenehm«, murmelte Mr. Banar. Als wir alle im Wohnzimmer Platz genommen hatten, erschien auch Mrs. Banar. Sie hatte ganz verweinte Augen. Mr. Banar klopfte ihr tröstend auf die Schulter und führte sie zu einem Sessel. »Ich weiß, das ist alles sehr schmerzlich für Sie«, sagte Inspektor Crome. »Sie haben unser volles Mitgefühl, aber wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Je mehr wir wissen, desto schneller kommen wir mit unserer Arbeit voran.« »Ja, natürlich«, sagte Mr. Banar und nickte. »Ihre Tochter war 23. Sie wohnte hier bei Ihnen und arbeitete im Café Ginger Cat, richtig?« »Ja.« »Sie haben zwei Töchter, nicht wahr?« »Ja. Meine älteste Tochter arbeitet in einem Büro in London.« »Waren Sie nicht beunruhigt, als Ihre Tochter gestern Abend nicht heimkam? Oder kamen Sie oft spät nach Hause?« »Sie wissen ja, wie die Mädchen heute sind, Inspektor.« »Ich hörte, dass Ihre Tochter verlobt war.« »Nicht offiziell. Förmliche Verlobungen sind heutzutage ja nicht mehr üblich.« »Ihr Freund heißt Donald Fraser. Ich mochte ihn von Anfang an«, sagte Mrs. Banar. »Hat Ihre Tochter sich abends nach der Arbeit immer mit ihm getroffen?« »Nicht jeden Abend. Ein- oder zweimal die Woche vielleicht.« »Wissen Sie, ob sie gestern Abend mit ihm verabredet war?« »Nein, das weiß ich nicht. Betty hat nie viel darüber geredet, was sie so machte und wo sie hinging. Aber sie war ein Liebesmädchen, unsere Betty.« »Donald hätte nie, niemals.« Mrs. Banar begann wieder zu weinen. »Ich kann einfach nicht begreifen, warum sie umgebracht wurde,« sagte Mr. Banar. »Das wissen wir leider auch noch nicht, Mr. Banar,« sagte Chrome. »Dürfte ich wohl einen Blick in das Zimmer ihrer Tochter werfen?« Mr. Banar stand auf, um es uns zu zeigen. Chrome, Poirot und Kelsey folgten ihm. Ich blieb noch kurz sitzen, um einen losen Schnürsenkel zuzubinden. In diesem Augenblick hielt draußen ein Taxi und eine junge Frau sprang heraus. Als sie hereinkam und mich sah, blieb sie wie angewurzelt stehen. »Wer sind Sie?« fragte sie. »Ach so, ja, ich weiß schon.« Auf den ersten Blick erinnerte sie mich an diese holländischen Puppen, mit denen meine Schwestern früher immer gespielt hatten. Ihr schwarzes Haar war zu einem Bubikopf geschnitten. Sie war nicht besonders hübsch, aber sie strahlte eine Energie aus, die es unmöglich machte, sie nicht wahrzunehmen. »Sind Sie Miss Banar?« »Ich bin Megan Banar.« »Sie sind von der Polizei, nicht wahr?« »Also, eigentlich, ich glaube nicht, dass ich Ihnen viel zu sagen habe. Meine Schwester war ein nettes, kluges Mädchen, das keine Männerbekanntschaften hatte. Guten Tag, ha!« Sie sah mich herausfordernd an. »Ich bin kein Reporter, falls Sie das meinen. Was sind Sie dann?« Sie sah sich um. »Wo sind meine Eltern?« »Ihr Vater zeigt der Polizei das Zimmer Ihrer Schwester.« Ihre Mutter hat sich zurückgezogen, sie wirkte sehr mitgenommen. Die junge Dame schien einen Entschluss gefasst zu haben. »Kommen Sie!« forderte sie mich auf und steuerte auf eine Tür zu. Ich folgte ihr in eine kleine, blitzsaubere Küche. Im nächsten Augenblick schlüpfte Poirot lautlos durch die Tür und schloss sie hinter sich. »Mademoiselle Barnard?« fragte er mit einer schnellen Verbeugung. »Das ist Monsieur Hercule Poirot,« sagte ich. Megan Banar musterte ihn kurz. »Ich habe schon von Ihnen gehört. Sie sind dieser gefragte Privatschnüffler, nicht wahr?« »Keine nette Bezeichnung, aber so könnte man sagen.« Miss Banar setzte sich auf die Tischkante und fingerte eine Zigarette aus ihrer Handtasche. »Ich habe gehört, was Sie eben zu meinem Freund Estings sagten. Ein nettes, kluges Mädchen, das keine Männerbekanntschaften hatte. Das war eine Spitze gegen die Journalisten, die Verstorbene gewöhnlich nur mit solchen freundlichen Klischees beschreiben. »Wissen Sie, ich wünschte, ich würde jemanden finden, der Elisabeth Barnard kannte und noch nicht weiß, dass sie tot ist. Vielleicht würde ich dann etwas hören, das mir weiterhilft. Die Wahrheit.« Megan Banar sah ihn lange schweigend an und zog an ihrer Zigarette. Dann begann sie zu reden. Bei ihren ersten Worten fuhr ich zusammen. »Betty war eine dumme kleine Gans.« Poirot nickte nur ernst. »Das habe ich ja auch gesagt.« »Aber ich hatte sie sehr gern. Sie war ein nettes Mädchen.« »Sie war keine, die sich das ganze Wochenende rumtreibt, aber sie ließ sich gerne ausführen, zum Tanzen und so.« »Hm. Miss Barnard, in welcher Hinsicht benahm sich Ihre Schwester Ihrer Meinung nach Töricht? Meinen Sie vielleicht in Bezug auf Mr. Donald Fraser?« »Ja, genau. Don ist ein ruhiger Mensch, aber er nun...« »Natürlich passt ihm manches nicht, und ich hatte Angst, dass er sie endgültig fallen lassen könnte. Er wäre Betty bestimmt ein guter Ehemann geworden.« Poirot sah sie unverwandt an. »Ich verstehe. Sie wollen nicht länger offen und ehrlich mit uns reden.« Sie zuckte die Achseln und wandte sich zur Tür. Poirots Stimme hielt sie auf. »Warten Sie, Mademoiselle. Ich habe Ihnen noch etwas zu sagen.« Zu meiner Überraschung erzählte Poirot ihr die ganze Geschichte von den ABC-Briefen, dem Mord in Endover und den Zugfahrplänen, die bei den Leichen gefunden wurden. Sie schnappte nach Luft. »Oh! Betty! Arme Betty, wie grauenvoll!« »Sehen Sie, Mademoiselle, Sie können freisprechen, ohne Angst, irgendjemand zu schaden. Neigt dieser Donald vielleicht zur Eifersucht oder zu Gewalttätigkeiten?« »Ich vertraue Ihnen jetzt, Monsieur Poirot. Ich werde Ihnen die volle Wahrheit erzählen.« Don ist ein Mensch, der seine Gefühle unterdrückt. Verstehen Sie? Aber hinter seiner ruhigen Fassade ist er schrecklich empfindlich. Und er war immer eifersüchtig auf Betty. Er hat sie sehr geliebt. Und sie hat ihn auch sehr gern, aber es entsprach nicht ihrer Art, sich auf einen Mann zu fixieren und alle anderen gar nicht zu beachten. Und im Ginger Cat verkehren natürlich auch Männer, besonders in den Sommerferien. Sie sagte immer, sie wolle noch ein bisschen Spaß haben, bevor sie sich mit Don häuslich niederließ. Megan machte eine Pause. »Ich verstehe«, sagte Poirot. »Fahren Sie fort.« Don konnte ihre Einstellung nicht verstehen, und mindestens zweimal haben sie sich deswegen heftig gestritten. Bei ruhigen Menschen ist es ja oft so. Wenn sie doch einmal die Beherrschung verlieren, dann richtig. Don war so außer sich, dass Betty Angst bekam. Wann war das? Der eine Streit ist schon fast ein Jahr her, der andere, der schlimmer war, erst einen guten Monat. Der Grund für diesen letzten Streit war, dass Betty Don erzählt hatte, sie würde eine Freundin in Hastings besuchen, aber er fand heraus, dass sie in Wirklichkeit mit einem Mann in Eastbourne war, noch dazu mit einem Verheirateten. Es kam zu einer fürchterlichen Szene. Betty schrie, sie sei schließlich noch nicht mit ihm verheiratet, und Don war kreidebleich, zitterte am ganzen Körper und drohte ihr, eines Tages, eines Tages, oui, würde er sie umbringen. Poirot nickte mehrmals mit ernster Miene. »Ich glaube nicht, dass er es tatsächlich getan hat, aber ich hatte Angst, dass dieser Streit zur Sprache kommen könnte. Verschiedene Leute wissen davon.« Wieder nickte Poirot ernst. »Mit gutem Grund, Mademoiselle, denn genau das wäre geschehen, wenn der tatsächliche Mörder nicht so eitel wäre. Hätte ABC nicht aus pathologischer Geltungssucht diese Briefe geschrieben, wäre der Verdacht auf Donald Fraser gefallen.« Er schwieg eine Weile, dann sagte er, »Wissen Sie, ob Ihre Schwester sich kurz vor ihrem Tod mit diesem verheirateten Mann oder irgendeinem anderen Mann getroffen hat?« »Nein.« Eine elektrische Klingel schrillte über Megans Kopf. Sie ging zum Fenster und sah hinaus. »Es ist Don.« »Wie führen Sie ihn hier herein? Ich möchte kurz mit ihm reden, bevor unser guter Inspektor ihn in die Mangel nimmt.« Ich empfand sofort Mitleid mit dem jungen Mann. Sein bleiches, verhärmtes Gesicht und sein verstörter Blick verrieten, dass er einen Schock erlitten hatte. Er war kein Schönling, aber ein gut gebauter Bursche mit einem netten Gesicht und flammend rotem Haar. »Megen, sag mir, um Gottes Willen, ich habe gerade erfahren...« Seine Stimme erstarb. Poirot ging auf ihn zu. »Sagte Miss Barna ihnen, wo sie gestern Abend hin wollte.« Sie sagte, sie würde mit einer Freundin nach St. Leonards fahren. »Glaubten Sie Ihre das?« Als ich sein plötzlich finsteres, von Leidenschaft verzerrtes Gesicht sah, konnte ich verstehen, dass ein Mädchen Angst hatte, seinen Zorn zu erregen. Poirot sagte rasch, »Betty Barna wurde von einem gemeingefährlichen Mörder getötet. Nur, wenn Sie uns die volle Wahrheit sagen, können Sie uns helfen, ihm auf die Spur zu kommen.« »Das stimmt, Don«, sagte Megan. »Du musst ganz ehrlich sein.« Donald Fraser sah Poirot an. »Ich war mir nicht sicher. Ich war misstrauisch. Was taten Sie?« »Ich fuhr nach St. Leonards hinüber, aber dort war keine Spur von ihr.« »Und dann?« »Ich verlor den Kopf. Ich dachte, sie wäre vielleicht mit einem Mann nach Hastings gefahren. Also fuhr ich auch noch nach Hastings. Völlig idiotisch! Schließlich gab ich die Suche auf und fuhr nach Hause zurück.« »Um wie viel Uhr kamen Sie heim? Ich weiß nicht. Es muss Mitternacht oder später gewesen sein.« Die verzweifelte Wut, die ihn ergriffen hatte, war ihm immer noch anzusehen. Poirot ging in die Diele zurück. Ich folgte ihm. »Und? Kam Ihnen irgendwas merkwürdig vor, Poirot?«, wollte ich wissen. »Nur die erstaunliche Großmütigkeit des Mörders Hastings?« Ich wagte nicht zu sagen, dass ich nicht die geringste Ahnung hatte, was er damit meinte. Besprechungen Wenn ich an den ABC-Fall zurückdenke, fallen mir auch die vielen Besprechungen ein. Bei der nächsten ging es darum, ob die Geschichte von den ABC-Briefen publik gemacht werden sollte. Der Mord in Bexel hatte mehr Aufsehen erregt als der in Andover. Er interessierte die Öffentlichkeit natürlich mehr, denn das Opfer war ein hübsches, junges Mädchen, und das Verbrechen war in einem beliebten Badeort geschehen. Auch dem ABC-Fahrplan wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt. Da er in den knappen Berichten über den Mord in Andover gar nicht erwähnt worden war, sah die Öffentlichkeit keine Verbindung zwischen den beiden Fällen. »Wir müssen uns entscheiden,« sagte der Vize-Chef der Kripo. »Sollen wir die Öffentlichkeit davon unterrichten oder nicht?« »Was meinen Sie, Chrome?« »Wenn Sie das tun, Sir, spielen Sie das Spiel von ABC mit. Er will ja Schlagzeilen machen.« Der Vize-Polizeichef sah zu Thompson hinüber. »Angenommen, wir weigern uns, diesem Wahnsinnigen zu der erhofften Berühmtheit zu verhelfen, was wird er dann wohl tun?« »Noch ein Verbrechen begehen,« sagte der Doktor prompt. »Wie viele Verbrechen plant dieser Psychopath Ihrer Meinung nach denn noch?« »Mr. ABC scheint bis Z weitermachen zu wollen, aber Sie werden ihn lange vorher fassen, hm? Sagen wir bei G oder H?« Der Vize-Polizeichef schlug mit der Faust auf den Tisch. »Zum Teufel soll das heißen, dass wir mit weiteren fünf Morden rechnen müssen?« »So viele werden es nicht, Sir,« sagte Inspektor Chrome zuversichtlich. »Ich würde wetten, dass ich ihn spätestens bei F. erwische. Ich glaube, ich verstehe die psychologische Seite des Falles inzwischen recht gut. Mit jedem geglückten Verbrechen wächst das Selbstvertrauen von ABC. Er fühlt sich immer sicherer und wird unvorsichtig.« »Inspektor Chrome hat recht.« Poirot wandte sich an den Inspektor. »Gibt es bereits Erkenntnisse im Wechselfall?« Nichts Konkretes. Ein Kellner aus dem Splendid in Eastburn, dem wir ein Foto der Ermordeten zeigten, sagte aus, diese junge Frau hätte am Abend des 24. zusammen mit einem Mann mittleren Alters, der eine Brille trug, in dem Lokal gegessen. Auch in einem Rasthaus namens Scarlet Runner auf halbem Weg zwischen Bexhill und London konnte man sich angeblich an sie erinnern. »Dort soll sie am Abend des 24. um 9 Uhr mit einem Mann gewesen sein, der wie ein Marineoffizier aussah. Sie kann da oder dort gewesen sein, aber nicht an beiden Orten. Mr. ABC kamen wir bisher noch nicht auf die Spur.« Poirot sagte nachdenklich, »der Schlüssel ist meiner Meinung nach das Motiv, das wir erst noch herausfinden müssen.« »Aber das ist doch ziemlich klar. Er hat einen Alphabetkomplex, so nannten Sie es doch, oder?« »Sawie. Aber überlegen Sie mal, wenn er die Opfer nach dem Alphabet auswählt, dann bringt er sie nicht um, weil er etwas gegen sie persönlich hat. Seine Briefe erwecken den Anschein, als würde er sie zum Vergnügen töten.« »Aber kann das wirklich sein?« »Und nach welchem Prinzip sucht er sie aus, abgesehen vom Anfangsbuchstaben des Nachnamens?« »Was ist er für ein Mensch?« »France Acher und Donald Fraser wären verhaftet worden, wenn ABC seine Morde nicht angekündigt hätte. Tat er das aus Großmut? Ist er so weichherzig, dass er es nicht ertragen könnte, wenn Unschuldige für seine Taten büßen müssten?« »Eine letzte Spekulation. Ist sein Motiv persönlicher Hass auf mich, Hercule Poirot? Oder hat er etwas gegen Ausländer?« Inspektor Chrom räusperte sich. »All das lässt sich im Augenblick wohl kaum beantworten.« Poirot blickte ihn an und sagte, »Nichtsdestotrotz, mein Freund liegt in diesen Fragen die Lösung.« »Wir haben immer noch nicht entschieden, ob wir die Geschichte mit den Briefen veröffentlichen sollen oder nicht«, sagte der Vizepolizeichef. »Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, Sir, warum warten wir nicht den nächsten Brief ab und veröffentlichen den? Dann hätte ABC es viel schwerer.« Wie wenig ahnten wir doch, was die Zukunft bringen würde. An einem Freitag kam ABCs dritter Brief, mit der Nachtpost um zehn Uhr. Ich weiß noch, dass vier oder fünf Briefe im Briefkasten lagen. Ich sah sie durch. Die Adresse auf dem letzten war mit Druckbuchstaben geschrieben. »Puirot!« »Ist er gekommen! Öffnen Sie ihn! Eistings schnell! Jede Minute könnte zählen! Wir müssen uns überlegen, was wir machen!« Ich riss den Umschlag auf und nahm den in Druckschrift beschriebenen Bogen heraus. »Lesen Sie«, sagte Poirot. »Ich las vor.« »Armer Mr. Poirot. Sie sind in diesen kleinen kriminalistischen Dingen doch nicht so gut, wie Sie dachten, nicht wahr? Haben Sie Ihre beste Zeit vielleicht schon hinter sich? Mal sehen, ob Sie diesmal besser sind. Der nächste Fall wird leicht. Am dreißigsten entschärzten. Versuchen Sie, etwas dagegen zu unternehmen. Es ist ein bisschen langweilig, wenn man so mühelos gewinnt, wissen Sie. Weidmannsheil. Ihr ABC.« »Eistings, wann wurde dieser Brief geschrieben? Steht ein Datum darauf?« Ich sah auf den Brief in meiner Hand. »Ja, er wurde am 27. geschrieben,« sagte ich. »Montjö! Eistings! Begreifen Sie den nicht! Heute ist der dreißigte!« »Aber warum? Wie?« Poirot hob den aufgerissenen Umschlag vom Boden auf. Die Adresse lautete »Mr. Acule Poirot, Whitehorse Mansions.« Über eine Ecke war gekritzelt »Unbekannt in den Whitehorse Mansions EC1 und im Whitehorse Court. Bitte in den Whitehaven Mansions nachfragen.« »Montjö! Kommt selbst der Zufall diesem Wahnsinnigen zu Hilfe! Wittwitt, wir müssen gleich Scotland Yard verständigen!« Ein oder zwei Minuten später telefonierten wir mit Chrome. Er hörte uns an, dann legte er auf, um sofort in Charleston anzurufen. Poirot sah auf die Uhr. »Was? Schon 20 nach 10? In einer Stunde und 40 Minuten ist der 30. vorbei. Glauben Sie, dass ABC so lange gewartet hat?« Ich holte den Eisenbahnfahrplan. »Um Mitternacht geht ein Schlafwagenzug nach Charleston, Ankunft 7.15 Uhr. Den nehmen wir, Acedings!« Als wir auf den Bahnsteig eintrafen, wartete dort schon Inspektor Chrome. »Verdammt Glück hat er auch noch«, sagte er, als Poirot ihm den Brief zeigte. »Glauben Sie nicht, dass das Absicht war?«, fragte ich. »Nein.« Ich frage mich, ich könnte fast wetten, dass er White Horse Whisky trinkt. »Ah, c'est ingénieux ça.« Er schreibt den Brief und vor ihm steht die Flasche. »Ja, wie es manchmal so geht. Er beginnt mit White und schreibt dann Horse statt Haven.« Der Inspektor stieg auch in den Zug. »Als er losfuhr, sahen wir einen Mann den Bahnsteig entlangrennen. Er erreichte das Fenster von Chromes Abteil und rief ihm etwas zu. Poirot und ich eilten den Gang entlang und klopften an die Tür von Chromes Abteil. »Aben Sie schon Neuigkeiten?« Die schlimmsten? Sir Carmichael Clark wurde mit eingeschlagenem Schädel aufgefunden. Sir Carmichael Clark war seinerzeit ein bekannter Hals-Nasen-Ohren-Spezialist gewesen. Da er bereits sehr wohlhabend gewesen war, als er sich zur Ruhe gesetzt hatte und danach noch ein beträchtliches Vermögen geerbt hatte, konnte er seiner Leidenschaft für chinesisches Porzellan und Steingut nach Herzenslust frönen und besaß schließlich eine der bekanntesten Sammlungen chinesischer Töpferkunst. Er war verheiratet, hatte aber keine Kinder und wohnte in einem Haus, das er sich an der Küste von Devon gebaut hatte. Uns war schnell klar, dass sein gewaltsamer Tod, nachdem der jungen und hübschen Betty Barnard der Presse die beste Sensationsstory seit Jahren liefern würde. »Eh bien«, sagte Poirot, »vielleicht führt die Veröffentlichung der ganzen Geschichte eher zum Erfolg als private und polizeiliche Ermittlungen allein. Jetzt wird das ganze Land nach ABC suchen.« »Leider bekommt er damit, was er wollte«, sagte ich. Poirot seufzte und schüttelte den Kopf. »Dieser Morde müssen aufhören. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Möglichst bald.« Ungefähr um 8 Uhr morgens erreichten wir Combside, das Anwesen von Sir Carmichael Clark. Ein Polizist vom örtlichen Revier hatte uns vom Bahnhof abgeholt und über den Stand der Dinge unterrichtet. Sir Carmichael Clark pflegte jeden Tag nach dem Abendessen, einen Spaziergang zu machen. Als die Polizei ihn anrief, weil sie von Scotland Yard die Anweisung erhalten hatte, alle Leute aus der Gegend, deren Nachnamen mit C begannen, zu warnen, erfuhr sie, dass er noch nicht zurück war. Da er fast immer dieselbe Runde ging, dauerte es nicht lange, bis ein Suchtrupp seine Leiche fand. Die Todesursache war ein heftiger Schlag auf den Hinterkopf mit einem schweren Gegenstand. Auf der Leiche lag, aufgeschlagen und mit dem Rücken nach oben, ein ABC-Fahrplan. Ein älterer Butler führte uns in ein langes Speisezimmer, wo ein großer, blonder Mann mit sonnengebräuntem Gesicht schon auf uns wartete. Es handelte sich um Franklin Clark, den Bruder des Toten. Er hatte die resolute, pragmatische Art eines Mannes, der es gewohnt war, schwierige Situationen zu meistern. Inspektor Wells stellte uns vor. »Das ist Inspektor Chrome von der Kriminalpolizei, Mr. Hercule Poirot und Hauptmann Hater.« »Hastings?«, verbesserte ich ihn kühl. Franklin Clark schüttelte jedem von uns die Hand. »Wir können die Lage auch beim Frühstück besprechen«, sagte er. Und kurz darauf sprachen wir köstlichen Eiern mit Schinken und Kaffee zu. »Ist es wirklich wahr?«, fragte Franklin Clark, Inspektor Chrome, »dass ein gemeingefährlicher Psychopath meinen armen Bruder umgebracht hat. Dass das bereits sein dritter Mord ist und dass er jedes Mal einen ABC-Fahrplan bei der Leiche zurückließ?« »Leider ja, Mr. Clark.« »Aber warum?« »Meiner Erfahrung nach haben solche Täter in der Regel keine konkreten Motive, sondern das Bedürfnis, sich zu beweisen, Aufsehen zu erregen. Er will nicht länger ein Niemand sein.« Clark schien nicht überzeugt. »Stimmt das, Mr. Poirot?« »Wi, oui, das stimmt.« »Würden Sie mir jetzt bitte ein paar Fragen beantworten, Mr. Clark?«, unterbrach Chrome das Gespräch. »Wirkte Ihr Bruder gestern irgendwie nervös oder besorgt?« »Mein Bruder war nur noch nervös und besorgt.« »Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass meine Schwägerin Lady Clark unter einer unheilbaren Krebserkrankung leidet und nicht mehr lange zu leben hat. Ich kam erst vor kurzem aus dem Osten zurück und war schockiert, wie mein Bruder sich verändert hatte.« Chrome nickte. »Wie ich hörte, pflegte Ihr Bruder jeden Abend einen Spaziergang zu machen.« »Ganz recht.« »Und alle im Haus wussten das?« »Natürlich.« »Kam gestern vielleicht ein Fremder vorbei, der nach Sir Carmichael fragte?« »Niemand vom Personal hat jemand gesehen und ich auch nicht.« Poirot warf eine Frage ein. »Angenommen, Ihr Bruder wäre erschossen am Fuße der Klippen gefunden worden, was wäre Ihr erster Gedanke gewesen?« »Offen gesagt Selbstmord.« »Encore! Eine Tatsache, die sich wiederholt.« Bevor Clark fragen konnte, was Poirot damit meinte, betrat eine junge Frau den Raum. Er stand auf. »Das ist Miss Gray, mein Herrn, die Sekretärin meines Bruders.« Die junge Frau war auffallend blond, wie eine Skandinavierin. Sie mochte etwa 27 sein und schien ebenso tüchtig wie dekorativ. »Miss Gray, Sie haben Sir Carmichael's Korrespondenz erledigt?« »Ja, alles, was so anfiel.« »Bekam er je einen Brief oder mehrere Briefe, die mit ABC unterzeichnet waren?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, da bin ich mir sicher.« »Fielen Ihnen vielleicht Fremde auf, die sich hier in der Gegend herumtrieben?« »Herumtreiben würde ich es nicht nennen.« »Aber natürlich wandern um diese Jahreszeit viele Urlauber hier in der Gegend herum.« Poirot nickte nachdenklich. Inspektor Crome fragte, ob jemand ihm zeigen könne, welche Runde Sir Carmichael jeden Abend gelaufen war. Franklin Clark nickte und führte uns hinaus. »Miss Gray kam auch mit. Sie und ich liefen ein Stück hinter den anderen.« »Die ganze Sache muss ein ziemlicher Schock für Sie alle gewesen sein,« sagte ich. »Ich kann es immer noch nicht so recht glauben,« erwiderte Miss Gray. »Seine Frau traf es sicher besonders schlimm.« »Lady Clark steht die meiste Zeit unter Morphium. Ich glaube, sie ist zu betäubt, um klar zu erfassen, was um sie herum vorgeht.« »Wir liefen zu einem Gebüsch mitten in dem Feld, auf dem die Leiche gefunden worden war.« Crome nickte. »Ganz einfach.« »Der Mann stand hier im Schatten.« »Ihr Bruder bemerkte ihn sicher nicht, bis ihn der Schlag traf.« Thora Gray starrte ängstlich vor sich hin. »Miss Gray!« Ich zögerte dann, fragte ich. »Woran denken Sie, Miss Gray?« »Ich frage mich, wo er jetzt ist.« »Der Mörder, meine ich.« »Die Fahndung läuft,« begann ich. Dieser banale Satz brach den Bann. Thora Gray riss sich zusammen. »Ja, natürlich,« sagte sie. Sie ging die Treppe hinunter. Ich blieb oben stehen und sann über ihre Worte nach. »ABC.« »Wo war er jetzt?« Mr. Alexander Bonaparte Kast kam mit einer Schar anderer Besucher aus dem Kino in Torquay, wo er gerade den bewegenden Film »Kein Spatz fällt zur Erde« gesehen hatte. Er blinzelte, als er in die Nachmittagssonne hinaustrat. Zeitungsjungen liefen vorbei und kreischten, »Alles über den neuesten Mordfall, gemeingefährlicher Psychopath in Charleston!« Mr. Kast kaufte sich eine Zeitung. Auf dem Titelblatt stand in großen Lettern »Sir Carmichael Clark ermordet. Entsetzliche Tragödie in Charleston.« Ein junger Bursche, der in der Nähe stand, bemerkte, »Ne scheußliche Geschichte, ne, wahr?« Mr. Kast zuckte zusammen. »Wie? Ach so. Ja, ja, wirklich.« Der junge Bursche merkte, dass die Hände des Mannes so zitterten, dass er kaum die Zeitung halten konnte. »Bei Verrückten weiß man ja nie«, fuhr er rätselig fort. »Mancher hat der Krieg aus der Bahn geworfen.« Mr. Kast lachte. Er lachte eine ganze Weile. Der junge Bursche war leicht irritiert. »Der ist selbst etwas verrückt«, dachte er bei sich und sagte, »Tut mir leid, Sir. Vermutlich waren Sie auch im Krieg.« »Ja, ich war im Krieg«, sagte Mr. Kast. »Ich wurde verwundet. Seither ist mein Kopf nicht mehr ganz in Ordnung. Manchmal weiß ich kaum, was ich tue.« »Oh, das tut mir wirklich leid«, sagte der junge Bursche verlegen und suchte das Weite. Mr. Kast las die Zeitung immer wieder. Leute, die über den Mordfall redeten, liefen an ihm vorbei. Junge Mädchen in weiß, rosa und blau spazierten vorüber. Niemand beachtete Mr. Kast. Er trottete langsam weiter in Richtung Stadt. Nach dem Mord an Sir Carmichael Clark berichteten die Zeitungen fast nur noch über den ABC-Fall. Scotland Yard sah darin die beste Chance, den Mörder ausfindig zu machen. Crome und seine Kollegen gingen unermüdlich jedem noch so kleinen Hinweis nach, aber Poirot erschien mir seltsam passiv. Als ich ihm das vorhielt, sagte er, »Aber was soll ich Ihrer Meinung nach denn tun, mein Freund? Meine Stärke, Hastings, liegt im Geirn, nicht in meinen Füßen. Und ich lerne den Mörder immer besser kennen. Nach dem nächsten Mord Poirot. Aber ja, Hastings, ich halte es für ziemlich sicher, dass es zu einem weiteren Verbrechen kommen wird. Verbrechen verraten sehr viel. Wer ist er? »No, no, 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 Hastings. Ich werde nicht herausfinden, wie er heißt oder wo er wohnt. Aber ich werde erkennen, was für ein Mensch er ist.« Ich schüttelte wortlos den Kopf. Er warf mir einen Brief zu. Ich las. »Sehr geehrter Mr. Poirot, ich habe viel nachgedacht, seit nach meiner armen Tante noch zwei Menschen brutal ermordet wurden. Ich habe mir erlaubt, der Schwester des jungen Mädchens zu schreiben, das im Bexel umgebracht wurde. Ich habe ihr mitgeteilt, dass ich nach London komme, um mir eine Stellung zu suchen, und sie gefragt, ob ich sie oder ihre Mutter besuchen dürfte, da zwei Köpfe vielleicht eher darauf kommen, wer diese Bestie sein könnte, als einer allein. Die junge Dame hat mir sehr nett geantwortet. Sie schrieb, sie hätte auch schon daran gedacht. »Daher möchte ich Ihnen hiermit meine neue Adresse in London mitteilen, Sir. Ich hoffe, ich falle Ihnen nicht lästig. Hochachtungsvoll, Mary Drover.« »Mary Drover ist ein kluges Mädchen«, sagte Poirot. Er holte noch einen Brief. »Lesen Sie das.« Es war eine kurze Nachricht von Franklin Clark. Er schrieb, dass er morgen nach London komme und Poirot gerne besuchen würde, wenn es ihm passe. »Bald werden wir aktiv, mon ami«, sagte Poirot. Franklin Clark erschien am nächsten Tag um drei Uhr nachmittags und kam gleich zur Sache. »Monsieur Poirot, ich bin unzufrieden.« »Womit, Mr. Clark?« »Dieser Chrome ist zweifellos ein fähiger Polizist, aber offen gesagt, er bringt mich auf die Palme. Diese besserwisserische Art von ihm. Monsieur Poirot, wir müssen uns auf den nächsten Mord vorbereiten.« »Sie glauben also, dass noch ein Mord geschehen wird?« »Ja, davon gehe ich aus.« »Wie sollen wir uns Ihrer Meinung nach vorbereiten, Mr. Clark?« »Ich schlage vor, dass wir eine Art private Sonderkommission bilden, die nach Ihren Anweisungen arbeitet. Sie würde aus Freunden und Verwandten der Mordopfer bestehen, Miss Megan Barnard, Mr. Donald Fraser, der Nichte der Frau aus Andover und Miss Grey.« »Oh, Miss Grey auch?« »Ja. Sehen Sie, Miss Grey war über zwei Jahre lang bei meinem Bruder. Sie kennt die Leute und die Verhältnisse in Charleston. Ich war anderthalb Jahre lang weg. »Sie waren im Osten, in China?« »Ja. Ich bin im Auftrag meines Bruders herumgereist, um neue Stücke für seine Sammlung zu erwerben.« »Très intéressant«, sagte Poirot. »Und Ihre Idee finde ich ausgezeichnet.« Ein paar Tage später versammelten sich die Mitglieder der Sonderkommission in Poirots Wohnung. Natürlich konnte er der Versuchung nicht widerstehen, eine kleine Rede zu halten. »Mesdames et Messieurs, wir haben drei Mordopfer, eine ältere Frau, ein junges Mädchen und einen älteren Herrn. Diese drei Menschen verbindet nichts außer der Tatsache, dass sie von derselben Person getötet wurden. Das bedeutet, dass diese Person an drei verschiedenen Orten war und überall zwangsläufig von etlichen Leuten gesehen wurde. Der Mörder ist ein Psychopath, so viel steht fest. Bisher ist es ihm gelungen, seine Spuren völlig zu verwischen. Die Polizei hat ein paar vage Hinweise, aber nicht genug für eine gezielte Fahndung. Es muss jedoch konkrete Anhaltspunkte geben. Der Kerl muss vor jedem Verbrechen gewisse Dinge ausgegundschaftet haben. Den besten Zeitpunkt für den Mord in Andover, die Gegebenheiten in Bexhill, die Gewohnheiten von Carmichael Clark in Cherston. Es ist wie ein Puzzle. Jeder von ihnen hat vielleicht ein Teilchen, das bedeutungslos erscheint, aber zusammengefügt ergeben diese Teilchen vielleicht einen aufschlussreichen Ausschnitt vom Gesamtbild. Ich behaupte, dass jemand oder sogar jeder von ihnen etwas weiß, dessen er sich nicht bewusst ist. Daher schlage ich vor, dass sie alle versuchen, sich an die Zeit vor dem Mord zu erinnern. Wollen Sie anfangen, Mr. Clark? Ja, gut. Also am Morgen des Tages, an dem Car umgebracht wurde, war ich segeln. Dann aß ich daheim zum Mittag, machte ein Schläfchen in der Hängematte, trank Tee, schrieb ein paar Briefe, verpasste den Postboten und musste nach Paynton fahren, um sie aufzugeben. Nach dem Abendessen, ich schäme mich nicht, das zuzugeben, las ich mal wieder ein Buch von E. Nesbitt, das ich als Kind besonders liebte. Dann klingelte das Telefon. Poirot wandte sich an Thora Gray. Miss Gray? Morgens erledigte ich zusammen mit Sir Carmichael die Post, dann sprach ich kurz mit der Haushälterin. Nachmittags schrieb ich Briefe und machte etwas Handarbeit, glaube ich. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag. Ich ging früh zu Bett. Zu meiner Überraschung stellte Poirot keine weiteren Fragen, sondern wandte sich an Megan Barnard. Miss Barnard, wissen Sie noch, wann Sie Ihre Schwester zum letzten Mal sahen? Sie nickte. Ungefähr zwei Wochen vor ihrem Tod. Wir waren zusammen im Schwimmbad in Hastings. Worüber unterhielten Sie sich hauptsächlich? Das Mädchen runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach. Sie erzählte, dass sie knapp bei Kasse war und redete ein wenig über Don. Sie sagte auch, dass sie Millie Heiley, ihre Kollegin aus dem Café, nicht leiden konnte. Poirot wandte sich an den rothaarigen jungen Mann. Mr. Fraser, Sie fuhren an dem fraglichen Abend zum Café. Sie fiel Ihnen dort irgendjemand auf, während Sie auf Betty warteten. Ich kann mich an niemanden erinnern. Poirot seufzte und wandte sich an Mary Drover. Ich nehme an, dass Sie Briefe von Ihrer Tante bekamen. Oh ja, Sir. Wann kam der letzte? Zwei Tage vor dem Mord, Sir. Sie schrieb, sie erwarte mich am Mittwoch. Das ist mein freier Tag, Sir. Sie wollte mit mir ins Kino gehen, denn ich hatte an diesem Mittwoch Geburtstag. Irgendetwas, vielleicht der Gedanke an das geplante kleine Fest, trieb Mary Tränen in die Augen. Ich verstehe, wie Ihnen zumute ist, sagte Franklin Clark. Es sind immer die kleinen Dinge, die einem ans Herz gehen. Ja, das stimmt, sagte Megan heftig nickend. So war es auch nach Bettys Tod. Mama hatte ihr an dem Tag, an dem es passierte, Strümpfe gekauft als Geschenk. Arme Mama. Sie war völlig fertig. Sie saß weinend mit den Strümpfen da und sagte immer wieder, ich habe sie für Betty gekauft und sie hat sie nicht einmal gesehen. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Sie beugte sich vor und sah Franklin Clark an. Die beiden schienen einander plötzlich sehr sympathisch zu finden. Donald Fraser rutschte nervös hin und her. Thora Gray lenkte das Gespräch in eine andere Richtung. Machen wir keine Pläne? Für die Zukunft? Doch, natürlich, sagte Franklin Clark. Ich weiß nicht, ob es noch Punkte gibt, die Monsieur Poirot gerne klären würde. Ich werde sie notieren. Ich halte es für möglich, dass die Kellnerin, Millie Heiley, das eine oder andere weiß, das zu uns weiterbringen könnte. Ah, Millie Heiley, schrieb Franklin Clark auf. Ich hätte zwei Methoden vorzuschlagen, dieses Mädchen zum Reden zu bringen. Sie, Miss Barnard, könnten ihre Klippung klar sagen, dass ihre Schwester sie nie leiden konnte. Dann wird Millie ihnen bestimmt erzählen, was sie von ihrer Schwester hielt. Und die andere Methode? Könnten Sie, Mr. Fraser, vielleicht so tun, als hätten Sie Interesse anderer jungen Dame. Ich? Muss das sein? Nein, Mr. Fraser, das wäre nur eine Möglichkeit, sie auszuhorchen. Soll ich es versuchen? fragte Franklin. Ich habe einige Erfahrungen, Monsieur Poirot. Sie haben in Charleston genug zu tun, sagte Thora Gray. Franklins Gesicht verzog sich kaum merklich. Ja, das ist wahr, sagte er. Ich glaube allerdings nicht, dass Sie dort viel ausrichten können. Mademoiselle Gray kann sicher mehr, aber ich wohne nicht mehr in Charleston, Monsieur Poirot. Ach. Miss Gray blieb freundlicherweise noch eine Weile, um mir zu helfen, verschiedene Dinge zu regeln, erklärte Franklin. Aber natürlich zieht sie eine Stelle in London vor. Poirot sah die beiden forschend an. Wie geht es Lady Clark? Ich fand die zarte Röte auf Thora Grays Wangen so bezaubernd, dass ich kaum hinhörte, was Clark antwortete. Ziemlich schlecht, aber bevor ich wegfuhr, äußerte sie den Wunsch, Sie zu sehen, Mr. Poirot. Selbstverständlich, Mr. Clark. Sagen wir übermorgen? Ja gut. Ich sage der Krankenschwester Bescheid, damit sie die Medikamente entsprechend einteilt. Poirot wandte sich an Mary. Ich denke, dass sie in Endover gute Arbeit leisten könnten. Versuchen Sie, die Kinder auszuhorchen. Kinder reden nicht gern mit Fremden, aber sie kennt man ja in der Straße, in der ihre Tante wohnte. Monsieur Poirot, was für ein Poststempel war auf dem dritten Brief, fragte Thora Gray. But nee, es ist W-15, Mademoiselle. Das lässt vermuten, dass ABC aus London stammt. Auf den ersten Blick scheint es so. Mr. Poirot, sagte Clark, wie wäre es, wenn ich eine Anzeige aufgeben würde? Achtung, ABC, Hercule Poirot ist Ihnen dicht auf den Fersen. Ich will ein Hunderter für mein Schweigen. X, Y, Z. Ich könnte die Botschaft natürlich auch anders formulieren, aber wie finden Sie diese Idee? Ich halte Sie für sehr gefährlich und töricht, sagte Thora Gray. Oh, Schaden kann es eigentlich nicht, obwohl ich glaube, dass ABC zu gerissen ist, um darauf zu antworten. Etwas verlegen vertiefte Franklin Clark sich in sein Notizbuch. A, Miss Barnard und Millie Hiley. B, Mr. Fraser und Miss Hiley. C, Kinder in Endover. D, Anzeige. Mord, Hastings, ist ein guter Kuppler. Das habe ich schon oft festgestellt. Also wirklich, Poirot. Haben Sie gemerkt, dass Franklin Clark und Mademoiselle Meghan plötzlich ein Herz und eine Seele waren? Wie er sie ansah. Und wie verärgert Mademoiselle Thora Gray darüber war und Mr. Donald Fraser? Ich wollte gerade etwas einwenden, als die Tür aufging und Thora Gray eintrat. Verzeihen Sie, dass ich noch einmal zurückkomme, aber etwas würde ich gerne noch klären, Monsieur Poirot. Natürlich, Mademoiselle. Und zwar folgendes. Mr. Clark gab Ihnen vorhin zu verstehen, dass ich Combside auf eigenen Wunsch verließ. Das war sehr rücksichtsvoll von ihm, aber tatsächlich verhält es sich etwas anders. Ich war durchaus bereit zu bleiben, aber Lady Clark wollte, dass ich gehe. Ich kann Ihre Reaktion bis zu einem gewissen Grade verstehen. Die Medikamente, die sie nehmen muss, machen Sie misstrauisch und wunderlich. Der Mut der jungen Frau nötigte mir Bewunderung ab. Ich finde es großartig von Ihnen, dass Sie kommen und uns das erzählen, sagte ich. Es war ein ziemlicher Schlag für mich. Ich hatte keine Ahnung, dass Lady Clark mich hasst. Aber ich will mich nicht hinter Mr. Clarks Ritterlichkeit verstecken. Das ist alles, was ich Ihnen noch sagen wollte. Auf Wiedersehen. Als sie weg war, sagte Poirot plötzlich, das Thema wechselnd, Wissen Sie, Aestings, ich werde das Gefühl nicht los, dass während unserer Unterhaltung heute Nachmittag etwas erwähnt wurde, das von Bedeutung ist, etwas, das ich bereits gehört oder gesehen habe. Etwas in Charleston? Non, non, davor. Ach, egal, es wird mir schon wieder einfallen. Eine tiefe Melancholie schien Combsheit zu umgeben, als wir zum zweiten Mal hinkamen. Zu diesem Eindruck trugen neben dem herbstlichen Wetter auch die verschlossenen Fensterläden im Erdgeschoss bei. Eine resolute Krankenschwester empfing uns. Monsieur Poirot, nicht wahr? Ich bin Schwester Capstick. Mr. Clark schrieb mir, dass Sie kommen. Sie führte uns in ein Zimmer im ersten Stock hinauf. Lady Clark saß in einem großen Lehnstuhl am Fenster. Sie war erschreckend mager und hatte das bleiche, verhärmte Gesicht eines Menschen, der von chronischen Schmerzen gequält wird. Ihr Blick wirkte abwesend, fast verträumt, und mir fiel auf, dass ihre Pupillen nur Punkte waren. Das ist Monsieur Poirot, der Herr, den Sie sprechen wollten. Ach ja, Monsieur Poirot. Lady Clark streckte die Hand aus. Das ist mein Freund Hauptmann Aistings, Lady Clark. Wie geht es Ihnen? So gütig, dass Sie beide gekommen sind. Dann herrschte Schweigen. Lady Clark schien in einen Traum versunken zu sein. Nach einer Weile schreckte sie hoch und schüttelte unwirsch den Kopf. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, was ich Ihnen sagen wollte. Hatte es etwas mit dem Tod Ihres Mannes zu tun? Carls Tod? Ja, vielleicht. Armer Irrer. Der Mörder, meine ich. Er wurde noch nicht gefasst, oder? Er muss an jenem Tag hier gewesen sein. An dem Tag waren keine Fremden da. Wer sagt das? Poirot sah leicht überrascht aus. Das Personal und Miss Gray. Diese Frau ist eine Lügnerin. Ich konnte sie nie leiden. Car hielt große Stücke auf sie. Ihre Arbeit machte sie anscheinend gut. Ich habe sie fortgeschickt. Franklin meinte allen Ernstes, daß sie eine Stütze für mich sein könnte. Er ist ein Narr. Ich wollte nicht, daß er sich mit ihr einlässt. Er verhält sich manchmal wie ein dummer kleiner Junge. Warum sagten sie, Miss Gray sei eine Lügnerin? Weil sie eine ist. Sie erzählte ihnen doch, es seien keine Fremden da gewesen, oder? Oui, oui. Nun, ich sah mit eigenen Augen durch dieses Fenster, wie sie am Morgen des Tages an dem Karstab auf der Eingangstreppe mit einem völlig Fremden redete. Wie sagt dieser Mann aus? Nicht wie ein Vertreter, eher schäbig. Ich weiß es nicht mehr genau. Plötzlich verzerrte sie vor Schmerz das Gesicht. Bitte, sie müssen jetzt gehen. Ich bin etwas erschöpft. Merkwürdig, diese Geschichte mit Miss Gray und dem Fremden, sagte ich auf der Rückreise nach London zu Poirot. Sehen Sie, Astings, es ist, wie ich sagte, es gibt immer etwas herauszufinden. Warum Miss Gray wohl log und sagte, sie hätte niemanden gesehen. Das fragen wir die Dame am besten selbst. Bei unserer Ankunft in den Whitehaven Mansions teilte man uns mit, dass ein Herr auf Poirot warte. Ich rechnete mit Franklin oder Jeb, aber zu meiner Überraschung war es Donald Fraser. Er wirkte sehr verlegen und gehemmter denn je. Poirot drängte ihn nicht, ihm den Anlass seines Besuches zu verraten, sondern lud ihn stattdessen zu Sandwiches und einem Glas Wein ein. Fraser blickte ihn mit einem seltsamen Ausdruck dankbarer Ergebenheit an. Sie sind zu mir gekommen, weil es etwas gibt, das Sie irgendjemandem erzählen müssen. Sie sind an der richtigen Adresse. Sprechen Sie. Fraser zögerte, seine Hände zuckten nervös. Monsieur Poirot, ich habe etwas geträumt, aber es war kein gewöhnlicher Traum. Ich werde noch verrückt. Es ist immer derselbe Traum. Ich bin am Strand und suche nach Betty. Sie hat sich verirrt. Ich muss sie finden. Ich habe ihren Gürtel in der Hand und dann verändert sich der Traum. Ich suche sie nicht mehr. Sie sitzt ein Stück vor mir am Strand. Sie sieht mich nicht kommen. Es ist ... kann das nicht. Erzählen sie weiter. Ich nähere mich ihr von hinten. Sie hört mich nicht. Ich schlinge den Gürtel um ihren Hals und ziehe und immer fester. Ich umklammerte bestürzt die Armlehnen meines Stuhls. Seine Geschichte klang erschreckend realistisch. Sie röchelt dann... Dann ist sie tot. Ich habe sie erwürgt. Da fällt ihr Kopf zurück und ich sehe ihr Gesicht. Es ist nicht Betty, sondern Megan. Er sank in den Sessel, bleich und zitternd. Was bedeutet das, Monsieur Poirot? Ich habe sie doch nicht getötet, oder? Ich weiß nicht, was Poirot ihm antwortete, denn in diesem Augenblick hörte ich den Postboten an der Tür. Was ich aus dem Briefkasten zog, ließ mich Donald Frazers beklemmende Enthüllungen völlig vergessen. Poirot! Er ist gekommen, der vierte Brief! Er sprang auf, riss ihn mir aus der Hand und öffnete ihn. Dann lasen wir den Brief zu dritt. Immer noch kein Erfolg. Sie sollten sich wirklich schämen. Was machen Sie und die Polizei eigentlich? Na, macht es nicht Spaß? Wo sollen wir weitermachen, mein Freund? Armer Mr. Poirot! Sie tun mir wirklich leid. Aber auch wenn Sie sich bisher noch schwer tun, versuchen Sie es weiter. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Bis nach Tipperary? Nein. Zum Buchstaben T kommen wir erst später. Der nächste kleine Zwischenfall wird sich am 12. September in Doncaster ereignen. Bis dann. ABC. Mit diesen höhnischen Worten, die wieder in Druckschrift auf festes weißes Briefpapier geschrieben waren, begann die Jagd von Neuem. Inspektor Crome von Scotland Yard war vorbeigekommen und während seines Besuches erschienen Franklin Clark und Megan Barnard. Die junge Frau erzählte, sie sei aus Bexel hergefahren, weil sie Mr. Clark etwas fragen wollte. Ich merkte, wie sie sich bemühte, ihre Anwesenheit zu erklären, als müsste sie sich dafür rechtfertigen. Crome war, glaube ich, nicht sehr erfreut, den Fall mit mehreren Betroffenen besprechen zu müssen. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit an unseren Vorkehrungen diesmal nicht viel auszusetzen haben wird. Der Irre hat uns ja frühzeitig gewarnt. Der Zwölfte ist erst nächsten Mittwoch. Ganz Doncaster, die Polizei und die Bevölkerung wird Jagd machen. Clark sagte ruhig, man merkt, dass sie sich nicht für Sport interessieren, Inspektor. Crome starrte ihn an. Was meinen Sie damit, Mr. Clark? Mann, wissen Sie denn nicht, dass nächsten Mittwoch in Doncaster stattfindet? Cromes Unterkiefer klappte herunter. Er konnte beim besten Willen kein Ach ja mehr herausbringen. Stattdessen sagte er Stimmt. Ja, das verkompliziert die Sache natürlich. Ich glaube, dass der Mord auf dem Rennplatz geschehen wird, vielleicht sogar während des Rennens, sagte Clark. Inspektor Crome stand auf, nahm den Brief an sich und ging. Ein paar Minuten später erschien Thora Gray. Sie trug ein schwarzes Kostüm mit Pelzbesatz und ein schwarzes Hütchen saß schräg auf ihrem goldblonden Haar. Wir setzten uns zusammen, um die Lage zu besprechen. Selbstverständlich wollten wir alle nach Doncaster fahren, aber das Rennen warf die provisorischen Pläne, die wir bereits entworfen hatten über den Haufen. Ich fragte mich entmutigt, was unsere kleine sechsköpfige Gruppe überhaupt ausrichten konnte, so stark ihr persönliches Interesse an der Sache auch sein mochte. Da erhob Poirot die Stimme, als hätte er meine Gedanken erraten. Mes enfants, wir dürfen uns nicht verzetteln, wir müssen die Wahrheit nicht außen, sondern innen suchen. Jeder von uns muss sich fragen, was weiß ich über den Mörder. Wir wissen doch nichts, sagte Clark kopfschüttelnd. Keiner von uns hat ihn je gesehen oder gesprochen und alles, was uns einfiel, haben wir schon x-mal durchgekaut. Nicht alles. Miss Gray erzählte uns, sie hätte an dem Tag, an dem Sir Carmichael ermordet wurde, keinen Fremden gesehen oder gesprochen. Ja, das stimmt. Wirklich? Lady Clark erzählte uns Mademoiselle, sie hätte von ihrem Fenster aus gesehen, wie sie auf der Eingangstreppe mit einem Fremden redeten. Die junge Frau schien ehrlich erstaunt. Sie schüttelte den Kopf. Lady Clark muss sich getäuscht haben. Es war wirklich niemand da. Oh, doch, ja, sie errötete. Das hatte ich ganz vergessen. Es war nicht wichtig. Da war ein Hausierer, der Strümpfe verkaufen wollte, ein Kriegsveteran, ein ganz harmloser Kerl. Wahrscheinlich fiel er mir deshalb nicht mehr ein. Poirot presste die Hände an den Kopf, wippte mit dem Oberkörper und murmelte so aufgeregt vor sich hin, dass alle ihn nur schweigend anstarrten. Strümpfe, 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 das ist das Motiv, ja, vor drei Monaten und neulich und jetzt wieder, ich hab's. Er setzte sich aufrecht hin und sah mich an. Erinnern Sie sich Aestings Andover, der Laden, im Schlafzimmer oben auf einem Stuhl, das neue Bar Strümpfe. Er wandte sich an Megan. Sie erzählten, dass ihre Mutter weinte, weil sie ihrer Schwester am Tag des Mordes noch Strümpfe gekauft hatte. Er blickte in die Runde. Begreifen Sie, dreimal dasselbe Motiv, das kann kein Zufall sein. Irgendetwas in der Mademoiselles Bericht kam mir bekannt vor, als hätte ich es im Zusammenhang mit dem Fall schon einmal gehört. Jetzt weiß ich, von wem und was es war. Mrs. Aschers Nachbarin, Mrs. Fowler, hatte über Hausierer geschimpft, die ihr ständig etwas andrehen wollten, unter anderem Strümpfe. Sagen Sie, Mademoiselle, stimmt meine Vermutung, dass Ihre Mutter diese Strümpfe anderer Haustür von einem Hausierer kaufte? Ja, das stimmt, erwiderte Megan Barnard. Poirot wandte sich Thora zu. Beschreiben Sie den Mann. Sie sah ihn ratlos an. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Er trug eine Brille, glaube ich, und einen schäbigen Mantel. Denken Sie nach, Miss Gray, und er hatte eine krumme Haltung. Ich sah ihn kaum an. Er war kein Mann, der einem auffällt. Das ganze Geheimnis der Morde liegt in Ihrer Beschreibung des Mörders, und das war zweifellos der Mörder. Ein unscheinbarer Mensch, den keiner beachtet. Mr. Alexander Bonaparte Kast saß wie versteinert da. Sein Frühstück lag kalt und unberührt auf dem Teller neben ihm. Die Teekanne diente als Stütze für eine Zeitung, die er mit fieberhaftem Interesse las. Plötzlich vergrub er mit einem leisen Stöhnen den Kopf in den Händen. Er hörte nicht, dass die Tür aufging. Seine Wirtin Miss Marbury stand auf der Schwelle. Ich wollte nur fragen, ob sie vielleicht etwas »Na nun, was ist denn mit Ihnen los?« Mr. Kast hob den Kopf. »Nichts, Mrs. Marbury. Ich fühle mich heute Morgen nur nicht besonders wohl.« »Ist es wieder Ihr Kopf, Mr. Kast? Dann sollten Sie heute besser nicht arbeiten gehen.« Mr. Kast sprang auf. »Doch, doch, ich muss gehen, ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen.« Seine Hände zitterten. Mrs. Marbury merkte, wie aufgeregt er war und versuchte ihn zu beruhigen. »Nun, was sein muss, muss sein. Haben Sie heute weit zu fahren?« »Nein, ich fahre nur nach Cheltenham.« Miss Marbury sah ihn verwundert an. Dann bückte sie sich, um die Zeitung aufzuheben, die nun zerknittert auf dem Boden lag. »Zurzeit schreiben diese Zeitungen nur noch über diese Morde,« sagte sie nach einem Blick auf die Schlagzeilen. »Doncaster soll der nächste Ort sein, wo er zuschlagen will.« Mr. Kast bewegte die Lippen, brachte aber keinen Ton heraus. Mrs. Marbury räumte nach kurzem Zögern den Tisch ab und verließ das Zimmer. Mr. Kast zog einen Koffer unter dem Bett hervor und begann zu nahm ein Dutzend flache etwa 25 auf 18 Zentimeter große Schachteln heraus und legte sie in den Koffer. Er sah kurz in den Eisenbahnfahrplan, der auf dem Tisch lag, dann verließ er mit dem Koffer in der Hand das Zimmer. In der Eingangshalle stellte er ihn kurz ab, um Hut und Mantel anzuziehen. Dabei seufzte er tief, so tief, dass die Tochter der Wirtin, die in diesem Augenblick aus einem Nebenzimmer kam, ihn besorgt ansah. Ist etwas, Mr. Kast? Hatten Sie jemals Vorahnungen, Miss Lilly? Nicht, dass ich wüsste. Mr. Kast seufzte wieder. Also, leben Sie wohl, Miss Lilly. Sie waren hier immer sehr nett zu mir. Sagen Sie doch nicht lebewohl, als würden Sie für immer fort gehen. Nein, nein, ich komme natürlich wieder. Dann bis Freitag. Wohin fahren Sie diesmal? Wieder an die Küste? Nein, ich nach Cheltenham. Oh, dort ist es auch schön, wenn auch nicht ganz so schön wie in Torquai. Übrigens, neulich fuhren Sie doch in die Gegend, wo der Mord geschah, der ABC-Mord. Sie waren es passierte, nicht wahr? Ähm, ja, aber Torquai ist zehn Kilometer von Cherston entfernt. Mr. Kast lächelte so gequält, dass Lily Marbury ihn beunruhigt ansah. Sie sehen krank aus, Mr. Kast. Es geht mir gut, wirklich. Auf Wiedersehen, Miss Lily. Er hob mit einer fahrigen Hand Bewegung den Hut und eilte zur Tür hinaus. Ein komischer alter Karls, dachte Lily Marbury. Tom Hartigan sagte zu Lily Marbury, heute morgen habe ich deinen alten Veteranen gesehen. Wen? Mr. Kast? Ja, Kast, in Eusten. Er sah mal wieder aus wie ein verirrtes Huhn. Ich glaube, der Kerl ist wirklich nicht mehr ganz richtig im Kopf. Zuerst fiel ihm die Zeitung herunter, dann seine Fahrkarte. Ich hob sie auf. Er hatte gar nicht gemerkt, dass er sie verloren hatte. Er bedankte sich überschwänglich bei mir, aber ich glaube nicht, dass er mich erkannte. Nun ja, er hatte ich schließlich nur im Vorgehen in der Eingangshalle gesehen. Sie tanzten eine Runde. Du tanzt wirklich gut, sagte Tom. Beim nächsten Tanz fragte Lilly plötzlich, sagtest du Eusten oder Paddington? Eusten! Komisch, ich dachte, man fährt von Paddington aus nach Cheltenham. Ja, sicher, aber der alte Kast fuhr nicht nach Cheltenham, sondern nach Doncaster. Also zu mir sagte er, er würde nach Cheltenham fahren. Oh Tom, hoffentlich wird er nicht ermordet. In Doncaster wird sich doch der ABC-Mörder herumtreiben. Kast ist vor ihm sicher, sein Nachname beginnt nicht mit D. Aber letztes Mal hätte es ihn treffen können. Er war ganz in der Nähe von Cherston in Torquai, als der letzte Mord geschah. Das ist schon ein seltsamer Zufall. Aber das Mal davor war nicht zufällig im Bexel, oder? Lilly runzelte die Stirn. Er war unterwegs, das weiß ich noch, weil er seine Badehose vergessen hatte. Mutter hatte sie für ihn gefliegt. Dann muss er an die Küste gefahren sein. Na, Lilly, um was wetten wir, dass dein alter Veteran selbst ein Mörder ist? Der arme Mr. Kast, der könnte doch keine Fliege etwas zu leide tun. Sie tanzten fröhlich weiter. Doch in ihrem Unterbewusstsein regte sich etwas. Doncaster Ich glaube, ich werde mich mein Leben lang an diesen 12. September erinnern. Wir waren alle da, vor Ort, Poirot und ich, Clark, Fraser, Megan Barnard, Thora Gray und Mary Drover. Aber was konnten wir letztendlich schon ausrichten? Thora Gray war die einzige von uns, die den Mörder wiedererkennen konnte. Angesichts dieser besonderen Verantwortung fiel es ihr schwer, Ruhe zu bewahren. Ich habe ihn doch gar nicht richtig angesehen. Vielleicht würde ich ihn überhaupt nicht wiedererkennen. Poirot klopfte ihr besänftigend auf die Schulter. Nur keine Aufregung, M'appetit. Wenn Sie diesen Mann sehen sollten, würden Sie ihn wiedererkennen. Warum sind Sie sich dessen so sicher? Oh, aus vielen Gründen. Sie meinen, dass das Glück sich wendet? Genau, ist Dings. Das bedeutet im Grunde, dass der Mörder es darauf ankommen lassen muss, sagte Clark. Richtig, ein Mörder ist immer ein Spieler. Und, wie viele Spieler, weiß ein Mörder oft nicht, wann er aufhören muss. Er kommt sich immer schlauer vor, und dann Messer Mörder rollt die Kugel wieder und bleibt nicht nur auf einer anderen Zahl, sondern auch auf der anderen Farbe liegen, die so lange nicht kam. Der Groupier ruft Rouge. Sie meinen, das wird in diesem Fall geschehen? fragte Megan. Es muss früher oder später so kommen. Bis jetzt war das Glück auf der Seite des Verbrechers. Früher oder später muss es ihn verlassen und auf unserer Seite sein. Ich glaube, das ist bereits geschehen. Die Sache mit den Strümpfen ist der Anfang. Die ganze Zeit lief alles gut für ihn, nun wird alles schief laufen. Er wird auch Fehler machen. Poirot sah auf die Uhr. Wir verstanden den Wink. Wir hatten vereinbart, den ganzen Tag in Doncaster zu bleiben, morgens möglichst viele Straßen zu durchstreifen und später an bestimmten Stellen des Rennplatzes Posten zu beziehen. Die Damen gingen ihre Hüte holen. Donald Fraser stand am Fenster und sah gedankenverloren hinaus. Franklin Clark blickte zu ihm hinüber, dann sagte er mit gesenkter Stimme zu Poirot, ich weiß, dass sie in Charleston waren und mit meiner Schwägerin sprachen, sagte sie oder deutete sie an, ich meine, machte sie irgendwelche Anspielungen? Er hielt verlegen inne. Vielleicht finden sie, jetzt nicht der Zeitpunkt für persönliche Dinge ist, aber ich würde gerne Klarheit schaffen. Das finde ich gut. Clark suchte nach den richtigen Worten. Wissen Sie, Mr. Poirot, meine Schwägerin, ist eine furchtbar nette Frau, ich habe sie immer sehr gemocht, aber bei so einer Krankheit neigt man dazu, wie soll ich sagen, sich Sachen einzubilden. Oui? Ich sah den Schalk in Poirots Augen, aber Franklin nicht. Er war zu sehr damit beschäftigt, seine Gedanken und Gefühle zu ordnen. Es geht um Thora, Miss Grey, sagte er. Oh la la, es geht um Miss Grey. Ja, Lady Clark hat ein ganz falsches Bild von ihr. Thora, Miss Grey, ist sehr hübsch. Oui, oui. Und natürlich war Thora meinem Bruder eine unschätzbare Hilfe, aber beide verhielten sich absolut korrekt. Ich meine, Thora ist nicht die Sorte Frau, aber meine Schwägerin bildet sich gewisse Dinge ein, sie war wohl eifersüchtig, natürlich liegt es auch an der Krankheit und dem Morphium und allem Oui. Was ich Ihnen klar machen möchte, Mr. Poirot, ist, dass Lady Clarks Misstrauen völlig unbegründet war. Sehen Sie, er griff in die Tasche, hier ist ein Brief, den mein Bruder mir nach Malaysia schrieb. Ich möchte, dass Sie ihn lesen. Poirot nahm ihn und las die Stelle, auf die Franklin zeigte, laut vor. Hier läuft alles wie immer. Charlotte ist einigermaßen schmerzfrei. Ich wünschte, ich hätte Erfreulicheres zu berichten. Erinnerst du dich an Thora? Ihr Mitgefühl und ihr Interesse an meiner Arbeit sind unerschöpflich. Ich hatte wirklich Glück, dass ich sie fand. Keine Tochter könnte mir in dieser schweren Zeit besser beistehen. Sie hatte bisher nicht viel Glück im Leben, aber ich bin froh, dass sie sich hier zu Hause und geschätzt fühlt. Sehen Sie, sagte Franklin Clark, so stand mein Bruder zu ihr. Für ihn war sie wie eine Tochter. Ich möchte nicht, dass sie einen falschen Eindruck von Thora bekommen, weil Lady Clark vielleicht schlecht über sie sprach. Poirot gab ihm den Brief zurück. Ich kann Ihnen versichern, dass ich es mir nie gestatte, Meinungen einfach zu übernehmen. Ich bilde mir stets meine eigene. Clark steckte den Brief wieder ein und sagte, dann bin ich erleichtert. Ich glaube, wir sollten jetzt besser gehen. Mr. Liedbatter schimpfte leise vor sich hin, als der Mann neben ihm aufstand, sich so ungeschickt an ihm vorbeizwängte, dass sein Hut auf der vorderen Sitzreihe landete und sich vorbeugte, um ihn wieder aufzuheben. Und all das mitten in der entscheidenden Szene des großartigen und hochdramatischen Films Kein Spatz fällt zur Erde. Er schüttelte verärgert den Kopf. Die Leute hatten einfach keine Manieren. Warum um Film zu Ende war? Gott sei Dank. Nun war der Störenfried endlich weg. Der Film nahm seinen Lauf. Mr. Liedbetter seufzte zufrieden, als am Ende das Licht anging. Er hatte es nie eilig, das Kino zu verlassen. Er brauchte immer eine Weile, um in den prosaischen Alltag zurückzukehren. Er sah sich um. Heute Nachmittag waren nicht viele Leute da. Natürlich nicht. Die Kinobesucher strömten zum Ausgang. Mr. Liedbetter rüstete sich zum Aufbruch. Der Mann auf dem Sitz vor ihm schien eingeschlafen zu sein. Er saß zusammengesunken in seinem Sessel. Ein anderer Mann sagte gereizt zu dem Schlafenden, dessen ausgestreckte Beine ihm den Weg versperrten, Entschuldigen Sie, Sir. Mr. Liedbetter erreichte den Ausgang. Er warf einen Blick zurück. Dort hinten war irgendetwas los. Er zögerte kurz, dann ging er hinaus und verpasste die Sensation des Tages. Mr. Kast trat aus dem Kino und sah zum Himmel hinauf. Was für ein schöner Abend. Wirklich ein wunderschöner Abend. Vor sich hin lächelnd spazierte er zum Gasthaus Black Swan zurück, wo er sich einquartiert hatte. Er stieg zu seinem Zimmer im zweiten Stock hinauf. Beim Eintreten verflog sein Lächeln plötzlich. Unten an seinem Ärmel war ein großer Fleck. Er tippte mit dem Finger darauf. Er war feucht und rot. Das war Blut. Er griff in die Tasche und zog etwas heraus. Ein langes schmales Messer. Die Klinge war ebenfalls blutverschmiert. Mr. Kast saß eine ganze Weile nur da und fuhr sich nervös mit der Zunge über die Lippen. Ich kann nichts dafür, sagte er. Es klang, als wolle er sich verteidigen, wie ein Schuljunge, der den Rektor von seiner Unschuld zu überzeugen versucht. Wieder fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Dann schweifte sein Blick zur Waschschüssel hinüber und er goß Wasser aus einem altmodischen Krug in die Schüssel. Er schlüpfte aus seinem Mantel. Dann tauchte er den Ärmel ins Wasser, wusch ihn sorgfältig und wrang ihn aus. Das Wasser war ganz rot. Es klopfte. Er stand wie angewurzelt da und starrte zur Tür. Sie öffnete sich und ein pummeliges junges Mädchen kam mit einem Krug herein. Entschuldigen Sie, Sir, Ihr heißes Wasser, Sir. Er stammelte. Danke, ich habe Kaltes genommen, zum Waschen. Warum hat er das nur gesagt? Sofort wanderte ihr Blick zu der Waschschüssel. Ich habe mich an der Hand geschnitten. Schweigen. Erst nach einer ganzen Weile sagte sie, Ja, Sir. Dann ging sie hinaus und schloss die Tür hinter sich. Mr. Kast stand wie versteinert da. Er hörte nichts mehr, außer dem Klopfen seines Herzens. Dann wurde er plötzlich hektisch. Er zog schnell seinen Mantel über, ging auf Zehenspitzen zur Tür, öffnete sie leise und schlich die Treppe hinunter. Inspektor Chrome hörte aufmerksam zu, was der aufgeregte Mr. Liedbetters Herz interessierten Chrome nicht. Also noch mal, wie war das genau? Dieser Mann ging kurz vor dem Ende dieses tollen Films hinaus, er zwängte sich an ihnen vorbei und stolperte dabei. Er tat nur so, als würde er stolpern, glaube ich jetzt, sagte Mr. Liedbetter. Dann beugte er sich über den Sitz vor mir, um seinen Hut aufzuheben, dabei muss er den armen Kerl erstochen haben. Und sie hörten nichts, keinen Schrei, keinen Stöhnen. Mr. Liedbetter hatte nichts gehört, aber seine lebhafte Fantasie erfand ein Stöhnen und der Inspektor glaubte ihm. Können Sie ihn beschreiben? fragte er. Er ich bin mir nicht ganz sicher. Saß er noch auf seinem Platz, als am Ende das Licht anging. Nein, und er kam erst herein, als der Film schon angefangen hatte. Inspektor Crone nickte, ließ Mr. Liedbetter ein Protokoll seiner Aussagen unterschreiben und wimmelte ihn ab. Schlechtere Augenzeugen gibt es kaum. Ein Wachtmeister kam herein und salutierte. Mr. Poirot ist da, Sir, und noch ein Herr. Inspektor Crone runzelte die Stirn. Oh, nun, dann muss ich sie wohl empfangen. Ich ging mit Poirot hinein. Inspektor Crone und der ebenfalls anwesende Polizeichef wirkten beunruhigt und deprimiert. Der Polizeichef begrüßte uns mit einem Kopfnicken. Ich bin froh, dass Sie kommen, Monsieur Poirot. Noch ein ABC-Mord? fragte Poirot. Eine verdammt dreiste Tat. Der Mörder beugte sich über das Opfer und stach ihm in den Rücken. Der ABC-Fahrplan lag auf dem Fußboden, zwischen den Füßen der Leiche. Wurde der Mann schon identifiziert? Ja, diesmal hat ABC sich vertan. Der Name des Toten ist Erlsfield, George Erlsfield. Seltsam. Befragen wir nun den nächsten Zeugen, sagte Crone. Der saß neben dem Ermordeten zwei Sitze weiter. Ein Mann mittleren Alters wurde hereingeführt. Er war sichtlich erregt. Wie heißen Sie? fragte Inspektor Crone ruhig. Downs? Roger Emanuel Downs? Der Polizeichef sah Downs mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck an. Da haben Sie aber Glück gehabt, Mr. Downs. Allerdings, ich habe ein schwaches Herz. Aber ich hatte nicht einmal Herzklopfen. Sie haben nicht ganz verstanden, was ich meinte, Mr. Downs. Sie haben ungefähr die gleiche Größe und Statur wie der Tote und sie trugen einen Wollschal. Als der Mörder ihnen ins Kino folgte, muss er durcheinander geraten sein. Er erwischte nämlich den falschen Rücken. Dieses Messer sollte eigentlich sie treffen. Sie meinen, Sie meinen, aber warum mich? Inspektor Crome widerstand der Versuchung zu antworten warum nicht und sagte stattdessen leider hat ein wahnsinniger gewöhnlich keine vernünftigen Gründe für sein Tun. Mr. Downs stand auf. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Ich fühle mich nicht gut. Ein Polizist wird sie heimbegleiten, nur zur Sicherheit, sagte der Polizeichef. Mit schlotternden Knien verließ Mr. Downs den Raum. Das Haus wird überwacht, sagte der Polizeichef. Denken Sie, ABC könnte es noch einmal versuchen, wenn er seinen Irrtum bemerkt? Ja, das ist möglich, wenn wir nur eine Beschreibung von dem Kerl hätten. Haben Sie Geduld. Bisher ist dem Mörder noch kein schwerwiegender Fehler unterlaufen, aber er wird bald einen machen. Wenn diese Hoffnung alles ist, was Sie haben. Der Polizeichef wurde unterbrochen. Mr. Ball von Black Swan mit einem Mädchen, Sir. Er meint, er hätte etwas zu berichten, was sachdienlich sein könnte. Mr. Ball von Black Swan war ein dicker, plumper Mann, der etwas schwer vom Begriff zu sein schien und stark nach Bier roch. Augen vor Aufregung weit aufgerissen waren. Ich hoffe, ich raube Ihnen nicht Ihre kostbare Zeit, sagte Mr. Ball mit schwerer Zunge, aber die Kleine hier, Mary, glaubt, sie hätte Ihnen etwas zu sagen, was sie wissen sollten. Wie heißen Sie, junges Fräulein? Mary, Sir, Mary Straud. Mary sah ihren Diensthahn hilfesuchend an. Es gehört zu ihrer Arbeit heißes Wasser in die Gästezimmer zu bringen. Na los, Mädchen, nur erzähl schon, du hast doch nichts zu befürchten. Also, ich klopfte. Als keine Antwort kam, ging ich hinein, er war da und wuschte ich gerade die Hände. Ich sagte, ich habe geklopft, Sir, ihr heißes Wasser. Aber er sagte, oh, ich habe mich schon mit Kaltem gewaschen. Da habe ich natürlich in die Waschschüssel geschaut und so war mir Gott helfe, Sir, das Wasser war ganz rot. Rot? Ja, Sir, blutrot. Und er machte so ein komisches Gesicht, Sir, er sah richtig unheimlich aus. Wann war das? Ungefähr um Viertel vor fünf? Vor über drei Stunden also, warum sind Sie nicht gleich gekommen? Hier fuhr es später davon, als wir hörten, dass noch ein Mord passiert war, sagte Ball. Inspektor Chrome schnappte sich ein Blatt Papier. Beschreiben Sie den Mann schnell. Er war mittelgroß, sah ziemlich schäbig aus und hatte einen krummen Rücken und er trug eine Brille. Zwei Polizisten wurden mit Mr. Ball und Mary zum Black Swan geschickt. Der eine kehrte ungefähr zehn Minuten später zurück. Ich habe das Gästebuch mitgebracht, Sir. Hier ist seine Unterschrift. Wir scharrten uns um das Gästebuch. Die Schrift war schwer zu lesen. A.B.C.S. Oder soll das Cash heißen? fragte der Polizeichef. A.B.C. sagte Chrome. Hatte er Gepäck? Einen großen Koffer, Sir? Da waren lauter kleine Kartons voller Seidenstrümpfe drin. Chrome wandte sich am Poirot. Gratuliere. Sie hatten den richtigen Riecher. Inspektor Chrome saß in seinem Büro in Scotland Yard. Das Telefon auf seinem Schreibtisch summte dezent. Er nahm den Hörer ab. Hier ist Jacob, Sir. Da ist ein junger Mann. Ich glaube, seine Geschichte sollten Sie sich anhören. Inspektor Chrome seufzte. Jeden Tag kamen im Durchschnitt um die zwanzig Leute vorbei, die angeblich sachdienliche Hinweise zum ABC-Fall geben konnten. Gut, Jacobs, führen Sie nach rein. Ein großer, recht ansehnlicher junger Mann wurde hereingeführt. Das ist Tom Hartigan, Sir. Der Inspektor erhob sich und gab ihm die Hand. Nehmen Sie Platz, Mr. Hartigan. Also, schießen Sie los. Nervös begann Tom zu erzählen. Also, es ist so, Sir, ich habe eine Freundin und ihre Mutter vermiete Zimmer droben bei Camden Town. Das hinterste Zimmer im zweiten Stock ist seit über einem Jahr an einem Mann namens Kast vermietet. Kast, sagten Sie? Ja, Sir, ein Mann mittleren Alters, sehr höflich und ziemlich zerstreut, ein Typ, der keiner Flieger etwas zu Leide tun könnte. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass etwas mit ihm nicht stimmen könnte, wenn dann nicht dieser merkwürdige Zufall gewesen wäre. Tom beschrieb etwas verworren und mit einigen Wiederholungen sein Zusammentreffen mit Kast am Bahnhof von Eusten und den Vorfall mit der verlorenen Fahrkarte. Verstehen Sie, Sir, wie man es auch betrachtet, es ist irgendwie komisch. Lilly, das ist meine Freundin, Sir, sie war sich ganz sicher, dass Kast von Cheltenham geredet hatte, und ihre Mutter sagte das auch. Dann meinte Lilly, das sei wirklich ein komischer Zufall, denn beim letzten Mord sei er in der Gegend von Charleston gewesen. Da fragte ich sie im Scherz, ob er das Mal davor vielleicht im Bexhill gewesen sei. Sie sagte, das wisse sie nicht, aber er sei irgendwo am Meer gewesen. Dann, Sir, nach dem Mord in Doncaster hieß es in allen Zeitungen, dass ein gewisser A-B-Case oder Cash gesucht wurde, und dass man sich bei der Polizei melden sollte, wenn man wusste, wo er sich aufhielt. Und die Beschreibung dieses Mannes passte ziemlich gut auf Kast. Ich fragte Lilly nach eingetragen. Da überlegten wir uns zusammen, ob er zur Zeit des ersten Mordes in Andover verreist war. Wir konnten uns nicht so recht erinnern, aber schließlich fiel es uns doch ein. Inspektor Crone hörte sehr aufmerksam zu. Ist das alles? fragte er. Ja, das ist alles, Sir. Hoffentlich denken Sie jetzt nicht, ich mache aus einer Mücke einen Elefanten. Tom errötete leicht. Ganz und gar nicht. Es war absolut richtig, von Ihnen herzukommen. Natürlich beweist das wenig, aber es rechtfertigt auf jeden Fall eine Vernehmung Ihres Mr. Cast. Ist er jetzt zu Hause? Ja, Sir. Wann kam er zurück? Am Abend des Doncaster-Mordes, Sir. Ich danke Ihnen. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass Sie sich möglichst normal verhalten sollten, wenn Sie diesem Mr. Cast über den Hand. Und Sir? fragte Polizeimeister Jacobs, als er wieder hereinkam. Seine Aussage klingt vielversprechend. Jacobs, lassen Sie dieses Haus bei Camden Town von ein paar Männern überwachen. Vor dem Scotland Yard Gebäude wartete Lily Marbury auf Tom Hartigan. Und? Was haben Sie gesagt? fragte sie. Tom fasste das Gespräch kurz zusammen. Lily seufzte und schüttelte den Kopf. Armer Mr. Cast, das wäre ja furchtbar. Wenn er ABC ist, dann hat er vier brutale Morde begangen, Liebling. Wenn wir recht haben, wird mein Name wahrscheinlich bald in allen Zeitungen stehen. Meinst du wirklich, Tom? Was hältst du davon, wenn wir inzwischen im Cornerhouse einen Happen essen? Ja, gut, aber ich muss erst noch kurz vom Bahnhof aus einen Anruf machen. Es dauert nur eine halbe Minute. Wen willst du anrufen? Ein Mädchen, mit dem ich mich eigentlich treffen wollte. Sie lief über die Straße und kehrte drei Minuten später mit einem ziemlich roten Kopf zurück. Also los, Tom, erzähl mir mehr von Scotland Yard. Mr. Cast legte den Hörer behutsam auf die Gabel zurück. Er wandte sich zu Mrs. Marbury um, die Sie bekommen ja nicht oft Anrufe, Mr. Cast. Ich hoffe, es war keine schlechte Nachricht. Nein, nein. Sein Blick fiel auf die Zeitung in ihrer Hand. Eine Überschrift lautete »Geburten, Hochzeiten, Todesfälle.« Meine Schwester hat gerade einen Sohn bekommen. Er hatte doch gar keine Schwester. Oh, das ist wirklich eine erfreuliche Nachricht. Ich war überrascht, als die Dame Mr. Cast verlangte. Zuerst dachte ich, es sei die Stimme von meiner Lilly. Sind Sie zum ersten Mal Onkel geworden, oder haben Sie bereits Neffen oder Nichten? Nein, es ist das erste Kind meiner Schwester. Ich muss gleich abreisen. Werden Sie lange wegbleiben, Mr. Cast? rief Mrs. Marbury ihm nach, als er die Treppe hinauf lief. Nein, nur zwei oder drei Tage. Kurz darauf stieg Mr. Cast leise mit einer Tasche in der Hand die Treppe hinunter. Als er am Telefon vorbeikam, musste er wieder an das kurze Telefongespräch denken. Sind Sie es, Mr. Cast? Ich dachte, Sie würden vielleicht gerne wissen, dass ein Inspektor von Scotland Yard Sie aufsuchen will. Was hatte er darauf gesagt? Er wusste es nicht mehr. Warum hatte sie ihn angerufen und vor ihrer Mutter die Stimme verstellt? Ahnte sie etwas? Aber wenn sie wüsste... In der Eingangshalle blieb er vor dem Garderobenständer stehen, der mit Mänteln und Schirmen überladen war. Sollte er... Ein Geräusch aus der Küche beschleunigte seine Entscheidung. Nein, Mrs. Mabry könnte herauskommen. Er ging durch die Vordertür hinaus und zog sie hinter sich zu. Wohin jetzt? Wieder eine Besprechung, diesmal zwischen dem Vizepolizeichef Inspektor Crome, Poirot und mir. Der Vizepolizeichef sagte, es war eine gute Idee von Ihnen, Monsieur Poirot, zu ermitteln, wo ein großer Posten Strümpfe gekauft wurde. Poirot hob die Hände. Das war nur ein logischer Schritt. Dieser Mann konnte kein normaler Handlungsreisender sein, denn er verkaufte direkt, anstatt Aufträge einzuholen. Crome sah in einer Akte. Wollen Sie wissen, wie weit wir bisher sind, Sir? Ja, bitte, sagte der Vizepolizeichef. Nach Ermittlungen in Charleston, Payton und Hawkeye habe ich jetzt eine Liste von Leuten, denen er an der Haustür Strümpfe anbot. Ich muss sagen, er war gründlich. Auch in Bexhill. Dort suchte er ungefähr ein Dutzend Leute auf. Und er war nicht nur bei Mrs. Barnard, sondern auch im Ginger Cat. Er verließ das Hotel am frühen Abend und traf am nächsten Morgen um 11.30 in London ein. In Andover ging er genauso vor. Außer Mrs. Fowler, der Nachbarin von Mrs. Asher, bot er noch sechs weiteren an. Ich ging zu der Adresse, die Tom Hartigan mir genannt hatte. Dort erfuhr ich jedoch, Kast das Haus eine halbe Stunde zuvor verlassen hatte. Seine Wirtin erzählte mir, er habe einen Anruf erhalten, was bisher noch nie vorgekommen sei. Ein Komplize, mutmaßte der Vizepolizeichef. Kaum, sagte Poirot, es ist sonderbar, dass es sei denn, wir sahen ihn an, aber er schüttelte nur den Kopf. Da fuhr der Inspektor fort. Ich ließ sein Zimmer gründlich durchsuchen. Wir fanden einen Block Schreibpapier von der Sorte, auf dem die Briefe geschrieben wurden, eine ganze Menge Strumpfwaren und einen Karton, der, wie sich herausstellte, acht neue ABC-Fahrpläne enthielt. Das ist der Beweis, sagte der Vizepolizeichef. Ich fand noch etwas. Hinter dem Garderobenständer in der Eingangshalle lag es. Das Messer. Es klebte noch Blut daran. Gute Arbeit, Chrom. Nun brauchen wir nur noch den Mann selbst. Wir werden ihn fassen, keine Sorge. Poirot fuhr aus seinen Gedanken auf. Etwas bereitet mir großes Kopfzerbrechen, und zwar das Warum, das Motiv. Aber, lieber Monsieur Poirot, der Mann ist verrückt. Seine Verhaftung ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich frage mich, wo er jetzt wohl ist. Mr. Kast stand vor einem Gemüseladen. Er starrte zu der anderen Straßenseite hinüber. Ja, dort war es. A. Asher. Zeitungen und Tabak. Es war schwierig. Sehr schwierig, nun, da er kein Geld mehr hatte. Er lief weiter und sah ein Plakat an einem Zeitungskiosk. ABC-Fall. Mörder immer noch auf freiem Fuß. Interview mit Hercule Poirot. Ob der wohl weiß, ich, ich kann nicht mehr. Menschen waren schon eigenartige Tiere. und er Alexander Bonaparte Cast war ein ganz besonders eigenartiges Exemplar. Immer schon. Wohin ging er überhaupt? Er wusste es nicht. Er hatte nur noch auf seine Füße gesehen. Vor ihm tauchten Lichter auf und große Buchstaben. Polizei. Das ist ja seltsam. Er betrat das Polizeirevier. Plötzlich schwankte er und fiel vorn über. Es war ein klarer Novembertag. Dr. Thompson und Oberinspektor Jepp waren vorbeigekommen, um Poirot mitzuteilen, was die Vernehmungen von Alexander Bonaparte Cast ergeben hatte. Ein gutes Alibi für den Mord in Bexel könnte die Beweisführung erschweren, sagte Jepp. Poirot wandte sich an den Psychiater. Was ist Ihre Meinung, Dr. Thompson? Über Cast? Er spielt den Gesunden erstaunlich gut. Natürlich ist er ein Epileptiker. Das war schon ein verblüffender Ausgang, sagte ich. Das ABC beim Betreten des Polizeireviers von Andover einen Anfall bekam und umkippte. Ja, ein bühnenreifer Auftritt. Kann man ein Verbrechen begehen, ohne sich dessen bewusst zu sein? fragte ich. Seine Beteuerungen von nichts zu wissen, scheinen glaubwürdig geklungen zu haben. Ich bin gegen die Theorie, dass Cast diese Verbrechen beging, ohne zu wissen, was er tat. Sie wäre vertretbar, wenn die Briefe nicht wären, aber die Briefe beweisen, dass er die Verbrechen sorgfältig plante, also vorsätzlich beging. Und zu den Briefen äußerte er sich bisher nicht. Aber solange ich nicht weiß, warum ich diese Briefe erhielt, ist der Fall für mich nicht gelöst. Chrome wandte sich an Oberinspektor Jepp. Bereitet das Alibi für den Mord in Bexhill Ihnen Sorge? Ein wenig schon. Dieser Zeuge Strange bleibt stur bei seiner Geschichte. Er schwört, dass er am Abend des 24. Juli im Hotel White Cross in Eastbourne mit Cast zusammensaß. Er habe ihn angesprochen, weil er sich mit jemandem unterhalten wollte und Cast sei ein guter Zuhörer gewesen. Er und Cast hätten nach dem Abendessen stundenlang Domino gespielt und sich erst zehn Minuten nach Mitternacht voneinander verabschiedet. Wenn das wirklich stimmt, dann kann Cast Betty Barnard am Strand von Bexel erwirkt haben. Oui, oui, das ist ein Problem, sagte Poirot. Natürlich spielt das eigentlich keine große Rolle mehr. Wir kriegen Cast auf jeden Fall wegen dem Mord in Doncaster dran. Wir haben den blutbefleckten Mantel, das Messer, unanfechtbare Beweise. Aber dieses Alibi verkompliziert einen ansonsten klaren Fall. Cast beging den Mord in Doncaster, den in Cherston und den Andover. Da muss er auch den Mord im Bexel begangen haben, aber wie zum Teufel. Jeb stand kopfschüttelnd auf und verabschiedete sich. Das ist Ihre Chance, Monsieur Poirot. Chrome tappt im Dunkeln. Nutzen Sie Ihre berühmte Kombinationsgabe und erklären Sie uns, wie er es gemacht hat. Und Poirot, fragte ich, sind Ihre kleinen grauen Zellen dieser Aufgabe gewachsen? Poirot antwortete mit einer Gegenfrage. Sagen Sie, Estings, betrachten Sie den Fall als abgeschlossen? Eigentlich schon, wir haben den Täter, jetzt müssen wir nur noch die Einzelheiten klären. Poirot schüttelte den Kopf. Der Fall ist der Täter, Estings, und jetzt stelle ich fest, dass ich ihn überhaupt nicht kenne. Er schwieg eine Weile. Plötzlich legte er mir freundschaftlich die Hand auf die Schulter und sagte, mein lieber Estings, Sie sind mein guter Geist. Ich war ziemlich verwirrt über diese unvermittelte Bekundung seiner Wertschätzung. Das stimmt, denn als ich mir gewisse Fragen stellte, fiel mir eine Bemerkung von ihnen ein, eine absolut brillante und scharfsichtige Bemerkung. Sagte ich ihnen nicht einmal, dass sie die Gabe haben, das Offenkundige zu bemerken? Ich habe es übersehen. Was soll ich denn bemerkt haben? Das macht alles glasklar. Das erklärt, warum Mrs. Asher, warum Sir Carmichael Clark, warum der Mord in Donkester und vor allem auch warum Ercule Poirot. Könnten sie mir bitte erklären, was sie meinen? Ich brauche erst noch ein paar Informationen und wenn ich die Antwort auf eine bestimmte Frage kenne, statte ich APC einen Besuch ab. Und dann? Dann rede ich mit ihm. Für einen Menschen, der etwas zu verbergen hat, gibt es nichts gefährlicheres als eine Unterhaltung Hastings. Was erwarten sie denn von Kast zu hören? Ercule Poirot lächelte. Eine Lüge, sagte er, und durch sie werde ich die Wahrheit erfahren. In den darauffolgenden Tagen war Poirot sehr beschäftigt. Gegen Ende der Woche verkündete er, er wolle nach Bexel fahren und ich solle ihn begleiten. Die anderen Mitglieder unserer Sonderkommission lud er auch zu diesem Ausflug ein. Sie waren ebenso neugierig wie ich, was Poirot vorhatte. Während wir dort am Abend einen Cocktail zusammentranken, sagte Franklin Clark zu Poirot, ich nehme an, sie wollen dieses Alibi widerlegen, aber sie haben doch keinerlei neue Erkenntnisse gewonnen. Poirot wurde ernst. Mein Freund Astings erzählte mir einmal, dass er als junger Mann ein Spiel spielte, das die Wahrheit hieß. Dabei wurde einem Mitspieler nach dem Anderen eine Frage gestellt und jeder musste schwören, dass er wirklich nichts als die Wahrheit sagen würde. Und, fragte Megan, eh bien, dieses Spiel würde ich gerne mit Ihnen spielen. Schwören Sie alle, die Wahrheit zu sagen. Er stellte diese Frage in einem so ernsten, fast feierlichen Ton, dass alle den verlangten Schwur leisteten. Bon, lassen Sie uns anfangen. Mit den Damen zu beginnen wäre in diesem Fall nicht besonders höflich. Er warnte sich an Franklin Clark. Mon cher Monsieur Clark, wie fanden Sie die Ute, die die Damen dieses Jahr in Escott trugen? Soll es ein Scherz sein? Geineswegs. Also, Mr. Porro, ich war zwar nicht in Escott, aber was ich von den Damen sah, die auf dem Weg dorthin an mir vorbeifuhren, lässt mich vermuten, dass ihre Hüte für Escott noch größer und alberner waren als die, die sie sonst tragen. Poirot lächelte und wandte sich an Donald Fraser. Wann nahmen Sie dieses Jahr Urlaub, Monsieur? In den ersten beiden Augustwochen. Poirot wandte sich an Thora Gray. Seine Stimme wurde härter. Mademoiselle, hätten Sie im Falle von Lady Clarks Tod Sir Carmichael geheiratet, wenn er Ihnen einen Antrag gemacht hätte? Die junge Dame sprang auf. Wie können Sie es wagen, mich das zu fragen? Das ist unverschämt. Vielleicht. Aber Sie haben geschworen, die Wahrheit zu sagen. Ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Ohne einen Kommentar wandte Poirot sich an Megan Barnard. Sie war ganz bleich. Seine Frage kam schneidend wie ein Peitschenhieb. Mademoiselle, wollen Sie, dass ich die Wahrheit herausfinde oder nicht? Sie gab ihm eine klare Antwort, die mich völlig verblüffte. Nein! Wir fuhren alle hoch. Poirot beugte sich vor und sah sie prüfend an. Dann wandte er sich ruhig an Mary drover. « sagen sie einen Freund? Mary sah überrascht aus und errötete. Oh, Mr. Poirot, ich, ich, also, ich bin mir nicht sicher. « «, er blickte zu mir herüber. »Kommen Sie, Astings, lassen Sie uns gehen.« Auf der Rückfahrt nach London brach Poirot plötzlich das Schweigen. »Wie heißt es, Astings? Und fang einen Fuchs und sperr ihn ein, Fluchs und lass ihn nie wieder frei?« Seine Miene war plötzlich ganz ernst und streng geworden. »Für immer eingesperrt, nein, das ist nicht gut. Morgen werde ich diesen Kast besuchen.« Ich war bei dem Gespräch zwischen Poirot und diesem seltsamen Alexander Bonaparte Kast nicht dabei, aber Poirot schilderte mir so ausführlich, wie es verlief, dass ich es zu Papier bringen kann, als wäre ich persönlich dabei gewesen. Mr. Kast saß da wie ein Häufchen Elend, noch gebeugter als sonst. Geistesabwesend zupfte er an seiner Jacke herum. Eine ganze Zeit lang sagte Poirot gar nichts. Er saß nur da und sah den Mann ihm gegenüber an. Die Atmosphäre entspannte sich, wurde ruhig, fast gelöst. Schließlich fragte Poirot freundlich, wie sind Sie, wer ich bin? Kast schüttelte den Kopf. Ich bin Arquille Poirot. Mr. Kast hob den Kopf ein wenig. Ach ja? Ach ja? Arquille Poirot sah ihm in die Augen. Oui, ich bin der Mann, dem sie die Briefe schrieben. Da wurde Mr. Kast gleich wieder nervös und stieß gereizt hervor, ich habe diese Briefe nicht geschrieben, das habe ich schon x-mal gesagt. Ich weiß, aber wenn sie sie nicht geschrieben haben, wer dann? Das ist alles eine große Verschwörung, alle sind gegen mich, das war schon immer so. Sogar in ihrer Kindheit? Mr. Kast schien zu überlegen. Nein, nein, eigentlich nicht. Meine Mutter hat mich sehr lieb gehabt, aber sie war schrecklich ehrgeizig. Sie sagte immer, ich müsse mich durchsetzen. Jeder hätte sein Schicksal selbst in der Hand. Ich könnte alles erreichen, was ich wollte. Er schwieg einen Augenblick. Sie hatte natürlich Unrecht. Ich merkte recht bald, dass ich kein Mensch war, der es im Leben weit bringt. Ich war ziemlich schlecht in der Schule. Er schüttelte den Kopf. Darum war es vielleicht besser, dass meine arme Mutter früh starb. Selbst auf der Handelsschule tat ich mich schwer. Trotzdem kam ich mir nicht dumm vor, aber ich litt darunter, dass alle anderen mich für dumm hielten. Und später, im Krieg. Mr. Kasts Gesicht hälte sich plötzlich auf. Wissen Sie, ich war eigentlich gern Soldat. Ich fühlte mich zum ersten Mal als Mann wie alle anderen. Dann wurde ich am Kopf verwundet, nur leicht, aber sie fanden heraus, dass ich Anfälle hatte, Absonsen, verstehen Sie? Daher wurde ich entlassen. Und danach? Ich fand eine Stelle als kaufmännischer Angestellter, aber bei Beförderung wurde ich immer übergangen. Es war sehr schwierig. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte kaum genug zum Leben, als mir dieser Job als Stromvertreter angeboten wurde. Aber Sie wissen, dass die Firma, bei der Sie Ihren Aussagen nach beschäftigt waren, das bestreitet, nicht wahr? Ja, ja, weil die auch an der Verschwörung beteiligt sind. Ich habe schriftliche Beweise, Ihre Briefe an mich mit Anweisungen, in welche Orte ich fahren sollte und Listen von Leuten, die ich aufsuchen sollte. Aber alles ist mit der Maschine geschrieben, nicht mit der Hand. Das ist egal. Wissen Sie nicht, Mr. Cast, dass auch eine Schreibmaschine identifiziert werden kann? All diese Briefe wurden auf derselben Maschine geschrieben und diese Maschine wurde in Ihrem Zimmer gefunden. Es sieht also so aus, als hätten Sie die Briefe selbst getippt. Nein, nein, das gehört alles zu der Verschwörung gegen mich. Und die ABC-Fachpläne, die im Schrank gefunden wurden, ich dachte, in dem Karton wären Strümpfe. Aber warum machten Sie auf der ersten Liste der Kundenliste für Andover einen Aken hinter den Namen von Mrs. Usher? Weil man irgendwo anfangen muss. Oui, irgendwo muss man anfangen. Das habe ich nicht gemeint. Ich war es nicht. Ich bin völlig unschuldig. Zum Beispiel beim zweiten Mord, dem in Bexel, an dem Abend habe ich in East Bern Domino gespielt. Sie spielen sehr gut, Domino hörte ich. Ich glaube schon. Es ist ein fesselndes Spiel, das viel Geschick erfordert, nicht wahr? Es macht vor allem Spaß. Ich kann mich noch an einen Mann erinnern, auch weil er etwas zu mir sagte, dass ich nie vergaß. Wir kamen in einem Café ins Gespräch. Dann fingen wir an Domino zu spielen und nach 20 Minuten hatte ich das Gefühl, ihn schon mein Leben lang zu kennen. Was sagte er denn zu ihnen? Er sagte, jedem sei sein Schicksal in die Hand geschrieben. Und dann sah er meine an und sagte, ich würde vor meinem Tod einer der berühmtesten Männer Englands sein. Dann sagte er noch, ja, er sagte, oui. Poirot's ruhiger Blick hatte etwas Hypnotisches. Mr. Karst sah ihn an wie ein vor Schreck gebanntes Kaninchen. Er sagte, er sagte, es sehe so aus, es könnte sein, dass mir ein gewaltsamer Tod bevorsteht. Dann lachte er und sagte, sieht fast so aus, als könnten sie auf dem Schafott enden. Mein Kopf macht mir sehr zu schaffen. Es gibt Zeiten, da weiß ich nicht. Da weiß ich einfach nicht. Sie wissen, dass Sie die Morde begangen haben, nicht wahr? Mr. Karst sah auf. Sein Blick war nun offen und klar. Er wirkte seltsam ruhig. Ja, das weiß ich. Aber Sie wissen nicht warum, oder? Nein, das weiß ich nicht. Wir saßen gespannt da und hörten aufmerksam zu, als Poirot seine abschließende Erklärung zum ABC-Fall abgab. Die ganze Zeit zerbrach ich mir den Kopf über das Motiv. Hastings meinte neulich, der Fall sei abgeschlossen. Daraufhin sagte ich, der Fall sei der Täter. Nicht die Morde sind rätselhaft, sondern der Mörder Mr. ABC. Warum fühlte er sich gezwungen, diese Morde zu begehen? Warum wählte er ausgerechnet mich zu seinem Kontrahenten? Dass der Mörder geisteskrank ist, ist keine Antwort. Ein Wahnsinniger mag eine verzerrte Sicht der Dinge haben, aber er geht genauso logisch und überlegt vor wie ein Gesunder. Es galt also, sich einen Menschen vorzustellen, aus dessen Sicht es logisch und vernünftig war, vier oder mehr Morde zu begehen und sie vorher in Briefen an Ergülpoirot anzukündigen. Mein Freund Hastings kann ihnen bestätigen, dass ich von dem Augenblick an, in dem ich den ersten Brief erhielt, beunruhigt war. Ich hatte sofort das ungute Gefühl, dass an diesem Brief etwas faul war. Sie hatten ganz recht, sagte Franklin Clark. Oui, aber ganz am Anfang machte ich einen schwerwiegenden Fehler. Ich nahm mein Gefühl, ein sehr starkes Gefühl, dass mit dem Brief etwas nicht stimmte, nicht ernst genug. So blieb es ein bloßer Eindruck. Ich ging damit um, als wäre es eine Eingebung gewesen. Aber was oft eine Eingebung genannt wird, ist in Wirklichkeit ein Eindruck, der auf logischen Schlussfolgerungen oder auf Erfahrungen beruht, auf einer Menge kleiner Zeichen und Einzelheiten. Es handelt sich nicht um eine bloße Vermutung, sondern um einen Eindruck, der auf Erfahrung beruht. Eh bien, ich gebe zu, dass ich dem ersten Brief nicht genügend Beachtung schenkte. Er verursachte mir nur ein sehr ungutes Gefühl. Ich war davon überzeugt, dass in dem angegebenen Ort Andover ein Mord stattfinden würde. Und wie Sie wissen, fand tatsächlich ein Mord statt. Zu diesem Zeitpunkt bestand keine Möglichkeit herauszufinden, wer der Täter war. Ich konnte nur versuchen zu verstehen, was für ein Mensch er war. Ich hatte gewisse Anhaltspunkte, dem Brief, die Art des Verbrechens, das Opfer. Was ich finden musste, war das Motiv für das Verbrechen, das Motiv für den Brief. Ein übersteigertes Geltungsbedürfnis, meinte Clark, das einem Minderwertigkeitskomplex entspringt, fügte Thorough Grey hinzu. Aber warum schrieb er ausgerechnet mir? Warum Hercule Poirot? Aus persönlichen Gründen. Der Brief ließ eine leichte ausländerfeindliche Tendenz erkennen, aber das war keine ausreichende Erklärung. Dann traf der zweite Brief ein, auf den der Mord im Wechsel folgte. Es wurde klar, dass der Täter nach einem alphabetischen Plan weitermorden würde. Aber was trieb ABC dazu, diese Morde zu begehen? ABC hätte die vier Opfer, die er sich aussuchte, umbringen können, ohne, dass der geringste Verdacht auf ihn gefallen wäre, wenn er das gewollt hätte. Was trieb ihn dazu, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken? Obwohl ich die Hauptfrage noch nicht beantworten konnte, glaubte ich bereits gewisse Dinge über den Mörder zu wissen. Was zum Beispiel? fragte Donald Fraser. Erstens, dass er ein Systematiker war. Er mordete in alphabetischer Reihenfolge. Andererseits schien schien er, was die Opfer betraf, keine besonderen Vorlieben zu haben. Es handelte sich um ganz unterschiedliche Menschen. Seine Auswahl hatte etwas Zufälliges, das meinem Empfinden nach im Widerspruch zu seiner alphabetischen Vorgehensweise stand. Ich erlaubte mir eine kleine Spekulation. Seine Idee mit den ABC-Fahrplänen ließ mich vermuten, dass er einen besonderen Bezug zu Eisenbahnen hatte, was bei Männern häufiger vorkommt als bei Frauen. Sie konnte auch ein Zeichen für einen in gewisser Hinsicht unreifen Geist sein. Der Mord an Betty Barnard lieferte mir weitere Hinweise. Erstens wurde sie mit ihrem eigenen Gürtel erwürgt, daher muss sie ihren Mörder wohl gekannt haben. Und Betty Barnard flirtete gern, um sie zu einer nächtlichen Strandwanderung überreten zu können, musste ABC gut aussehen, einen gewissen Sex Appeal besitzen. Ich stelle mir die Szene am Strand so vor. Der Mann bewundert ihren Gürtel. Sie zieht ihn aus, und er legt ihn ihr knickig um den Hals schreckt er jetzt erwürge ich dich. Sie kichert, er zieht zu. Donald Fraser sprang auf, er war kreidebleich geworden. Monsieur Perrault, um Gottes Willen! Es ist schon vorbei, mehr sage ich nicht dazu. Jetzt kommen wir zum Mord an Sir Carmichael Clark. Wieder der Alphabet Komplex, aber etwas gibt mir zu denken. Wäre der Mörder konsequent gewesen, dann hätte er die Tatorte systematischer ausgesucht. Wenn Endover der 155. Name unter A ist, dann hätte der B-Mord auch im 155. Ort stattfinden müssen, oder im 156. und der C-Mord im 157. und so weiter. Aber der Mörder schien auch die Tatorte eher zufällig ausgewählt zu haben. Meinen Sie das vielleicht nur, weil Sie von sich ausgehen, Poirot, wandte ich ein. Ich gebe zu, dass ich diesen Punkt vielleicht überbetone. Passons. Bei dem Mord in Churston hatten wir das Pech, dass der Brief, der ihn ankündigte, falsch adressiert war und daher so spät eintraf, dass wir keine Vorkehrungen mehr treffen konnten. Aber als der D-Mord angekündigt wurde, hatten wir bereits einen vielversprechenden Schlachtplan. Gleichzeitig kam ich auf die Sache mit den Strümpfen. Dass bei jedem Mord ein Strumpfverkäufer am Tartort oder in der Nähe war, konnte kein Zufall sein. Daher musste er der Mörder sein. Aber die Beschreibung, die Miss Gray von ihm gab, stimmte nicht mit meiner Vorstellung von Betty Barnas Mörder überein. Dann geschah ein vierter Mord an einem Mann namens George Erlsfield. Man ging davon aus, dass dem Täter ein Irrtum unterlaufen war, dass er es eigentlich auf einen Mann namens Downs abgesehen hatte. Und nun wendete sich das Blatt endlich. Bisher war für ABC alles gut gelaufen, doch nun war seine Glücksträhne vorbei. Er wurde entlarvt, gejagt und schließlich verhaftet. Es sieht so aus, als sei der Fall tatsächlich gelöst. Der Mann sitzt im Gefängnis, es sind keine weiteren Morde zu befürchten. Schluss, aus, vorbei. Da ist nur ein kleines Ärgernis. Dieser Kast hat für den Abend des Wechselmordes ein Alipi. Darüber zerbreche ich mir auch schon die ganze Zeit den Kopf, sagte Franklin Clark. Das tat ich auch, denn das Alibi scheint echt zu sein. Doch nun kommen wir zu zwei hoch interessanten Hypothesen. Nehmen wir Poirot brachte sie mit einem scharfen Blick zum Schweigen. Lassen Sie mich ausreden, Mademoiselle. Nehmen wir also an, dass ABC den zweiten Mord nicht beging, dass ihm jemand zuvor kam. Was sollte er tun? Einen weiteren Mord begehen? Oder aufhören und den Wechselmord als eine Art magaberes Geschenk betrachten? Monsieur Poirot, sagte Megan, alle Morde müssen von derselben Person begangen worden sein. Poirot ignorierte ihren Einwand und fuhr unbeirrt fort. Diese Hypothese hätte den Vorteil, dass sie die Diskrepanz zwischen der Persönlichkeit von Alexander Bonaparte Cast, der nie ein Mädchen hätte aufgabeln können, und der Persönlichkeit von Betty Barnards Mörder erklären würde. Und es gab schließlich schon vor, dass sogenannte Drittbrettfahrer die Verbrechen anderen nutzten, um selbst Wäsche zu begehen. Aber dann stieß ich auf ein Problem. Die Presse schenkte dem Morden Endover wenig Beachtung. Der aufgeschlagene Eisenbahnfahrplan wurde in den Zeitungen nicht einmal erwähnt. Das heißt, Betty Barnards Mörder muss Zugang zu Informationen gehabt haben, über die nur gewisse Leute verfügten. Ich? die Polizei und gewisse Verwandte und Nachbarn von Mrs. Asher. Und diese Erkenntnis schien in eine Sackgasse zu führen. Alle sahen ihn verdutzt und ratlos an. Donald Fraser sagte nachdenklich, Polizisten sind schließlich auch Menschen und gut aussehende Männer. Er sah Poirot fragend an. Poirot schüttelte den Kopf. No, no, es ist viel einfacher. Angenommen, Cast hat mit dem Tod von Betty Barnard überhaupt nichts zu tun, angenommen, ein anderer hat sie getötet und vielleicht auch die übrigen Morde begangen. Das ergibt doch keinen Sinn, rief Clark. Meinen Sie? Jedenfalls tat ich nun, was ich längst hätte tun sollen. Ich sah mir die Briefe, die ich erhalten hatte, genauer an. Aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das Befremdliche an ihnen war, dass sie nicht von einem Verrückten stammten. Was? rief ich aus. Wie, wie, genau das war es, was an ihnen nicht stimmte. Sie waren fingiert. Sie sollten klingen wie Briefe eines Verrückten, eines mordlüsternen Psychopathen, aber in Wirklichkeit waren sie nichts der gleichen. Das ergibt doch keinen Sinn, wiederholte Franklin Clark. Mäßi, man muss nur jav nachdenken. Dann ging mir ein Licht auf. Die Absicht hinter den Briefen war, meine Aufmerksamkeit auf mehrere Morde eine ganze Mordserie zu lenken. War es nicht ihr großer Shakespeare, der sagte, du siehst wohl lauter Wald die Bäume nicht? Ich korrigierte Poirot's literarische Anspielung nicht, sondern versuchte zu erkennen, worauf er hinaus wollte. Mir dämmerte etwas. Er fuhr fort. Wann fällt ein einzelner Mord am wenigsten auf? Wenn er einer in einer Serie zusammenhängender Morde ist. Ich hatte es mit einem sehr cleveren und einfallsreichen Mörder zu tun, mit einem skrupellosen, tollkühnen Spieler. Nicht mit Mr. Kast. Er hätte diese Morde nie begehen können. No, no, ich hatte es mit einem Menschen zu tun, der nie ganz erwachsen wurde, denken sie an die ziemlich kindischen Briefe und den Eisenbahnfahrplan, mit einem Mann, der auf Frauen wirkte, für den ein Menschenleben nichts zählte und der in einem der Mordfälle eine Schlüsselrolle spielte. Wenn ein Motiv und die Gelegenheit vorhanden sind, was würde jemand, der einen Mordplan dann tun? Sich ein Alibi verschaffen, um nicht in Verdacht zu geraten? Unser Mörder bewies mehr Fantasie. Er erfand einen mordlüsternen Psychopathen. Nun musste ich nur noch alle Mordfälle durchgehen und den möglichen Täter finden. Der Mord in Andover Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Franz Ascher einen so raffinierten Plan ersonnen und durchgeführt und einen vorsätzlichen Mord begangen hätte. Der Mord in Bexhill? Donald Fraser war ein möglicher Verdächtiger, aber sein Motiv konnte nur Eifersucht sein, und wenn jemand aus Eifersucht tötet, handelt es sich gewöhnlich um eine Affekthandlung und nicht um einen vorsätzlichen Mord. Außerdem fand ich heraus, dass er seinen Urlaub Anfang August genommen hatte, daher war es unwahrscheinlich, dass er etwas mit dem Mord in Cherston zu tun hatte. So, jetzt kommen wir zu dem Mord in Cherston, und dort haben wir gleich viel bessere Aussicht in einen Verdächtigen mit einem guten Motiv zu finden. Sir Carmichael Clark war ein sehr wohlhabender Mann. Wer erbt sein Vermögen? Seine Frau, die nicht mehr lange zu leben hat, und nach ihrem Tod geht es an seinen Bruder Franklin. Poirot drehte sich langsam um, bis er Franklin Clark in die Augen sehen konnte. Ich war mir inzwischen ziemlich sicher, ABC und Franklin Clark waren ein und dieselbe Person. Seine Weltgewandtheit sprach Frauen an, nichts leichter für ihn, als in einem Café ein Mädchen aufzugabeln. Er war ein Pragmatiker, der systematisch dachte und handelte. Er machte sich hier einmal Notizen in Form einer Liste mit den Punkten A, B, C, D. und er war in mancher Hinsicht ein großer Junge geblieben. Das sagte Lady Clark und das zeigte seine Vorliebe für Jugendbücher. In der Bibliothek sah ich ein Buch von E. Nesbitt mit dem Titel Die Eisenbahn Kinder. Da hatte ich keine Zweifel mehr. ABC der Mann der die Briefe schrieb und die Verbrechen beging war Franklin Clark. Clark brach in ein schallendes Gelächter aus. Einfach genial! Und was ist mit unserem Freund Karst der auf frischer Tat ertappt wurde? Was ist mit dem Blut an seinem Ärmel und dem blutigen Messer das er in seiner Pension versteckt hatte? Er mag bestreiten, die Morde begangen zu haben. Sie irren sich? Er gab alles zu. Was? Clark sah völlig überrascht aus. Oui, oui, sagte Poirot ruhig. Mr. Cast hielt sich für schuldig. Aber selbst das überzeugte Mr. Poirot nicht. No, denn als ich ihn sah, wusste ich sofort, dass er diese Verbrechen nicht begangen haben konnte. Dazu fehlte ihm nicht nur die Kaltschnäuzigkeit und der Wagemut, sondern auch die Intelligenz. Mir war die ganze Zeit bewusst, dass der Mörder zwei Gesichter hatte. Nun weiß ist ich warum es waren zwei Personen beteiligt. Der tatsächliche Mörder, ein gerissener, erfinderischer und dreister Kerl und der scheinbare Mörder, ein einfältiger, unsicherer und leicht beeinflussbarer Mensch. Es genügte ihnen nicht, Mr. Clark, diesen Plan von einer Mordserie auszuhecken, um die Aufmerksamkeit von einem bestimmten Verbrechen abzulenken. Sie brauchten auch noch einen Sündenbock. Ich nehme an, sie kamen auf diese Idee, nachdem sie in einem Café in der Stadt zufällig diesen gummischen Kauz mit den hochtrabenen Vornamen getroffen hatten. Damals planten sie bereits, ihren Bruder zu ermorden. So, und warum? Weil sie sich ernsthafte Sorgen um ihre Zukunft machten. Ich weiß nicht, ob ihnen klar ist, Mr. Clark, dass sie mir halfen, indem sie mir diesen Brief zeigten, den ihr Bruder ihnen geschrieben hatte. Darin offenbarte er seine tiefe Zuneigung zu Miss Gray. Vielleicht hegte er wirklich nur väterliche Gefühle für sie. Nichtsdestotrotz bestand die Gefahr, dass er sie nach dem Tod ihrer Schwägerin irgendwann heiratete. Ich glaube, sie sind ein guter Menschenkenner, aber gleichzeitig ein Zyniker. Sie befürchteten, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass Miss Gray begeistert die Chance ergreifen würde, Lady Clark zu werden. Ihr Bruder war ein karngesunder vitaler Mann. Hätten die beiden Kinder bekommen, dann wären ihre Aussichten das Vermögen ihres Bruders zu Erben äußerst gering gewesen. Ich vermute, sie waren ihr Leben lang ein unsteter Mensch und im Grunde enttäuscht, weil sie es zu nichts brachten. Sie beneideten ihren Bruder maßlos um seinen Reichtum. Sie hatten, wie gesagt, bereits verschiedene Pläne im Kopf, wie sie ihn umbringen könnten, als ihre Begegnung mit Mr. Kast sie auf eine Idee brachte. Seine hochtrabbenden Vornamen, seine Geschichte von seinen epileptischen Anfällen und seinen Kopfschmerzen, sein unscheinbares Äußeres und seine ganze Scheue und kauzige Art machten ihn für sie zu einem idealen Werkzeug. Kasts Initialen und der Umstand, dass der Name und der Wohnort ihres Bruders mit C begannen, inspirierten sie zu dem alphabetischen Plan. Sie bereiteten alles perfekt vor. Unter Kasts Namen bestellten sie ein großes Sortiment Strumpfwaren, das an seine Adresse geschickt werden sollte. Sie selbst sandten ihm ein ganz ähnlich aus aus sind Paket mit ABC Fach Plänen. Davor hatten sie ihm einen maschinengeschriebenen Brief geschickt, in dem sie sich als Personalchef der Stromfabrik ausgaben und ihm ein gutes Gehalt und eine Provision anboten. Sie planten die Sache so gut, dass sie all ihre späteren Briefe an Kast im Voraus tippten und ihnen dann die Maschine zukommen ließen, auf der sie sie geschrieben hatten. Nun mussten sie sich zwei Opfer suchen, deren Namen und Wohnorte mit A und B begannen. Sie entschieden sich für Andover und bei ihrer anschließenden Erkundung des Ortes für den Laden von Mrs. Asher. Deren Name stand gut sichtbar auf der Tür und sie fanden heraus, dass sie die meiste Zeit allein im Laden war. Beim Buchstaben B änderten sie vorsichtshalber ihre Taktik. dass sie im Bexhill mehrere Cafés und Desalons besuchten, mit den Mädchen dort herumschäckerten und sich dabei nach ihren Nachnamen erkundigten. Betty Barnard war genau die Art von Frau, die sie suchten. Sie führten sie ein oder zweimal aus und erklärten ihr, dass sie verheiratet seien und sich daher nur heimlich mit ihr treffen könnten. Nach diesen sorgfältigen Vorbereitungen gingen sie an die Arbeit. Sie sandten Kast eine Liste mit Leuten aus Andover, die er an einem bestimmten Tag aufsuchen sollte und schickten den ersten ABC-Brief an mich ab. An dem genannten Tag fuhren sie nach Andover und brachten Mrs. Asher um. Den zweiten Mord begingen sie sicherheitshalber einen Tag früher als angekündigt. Ich bin davon überzeugt, dass Betty Barnard in Wirklichkeit vor Mitternacht starb, also bereits am 24. Juli. Jetzt kommen wir zum interessanten Mord Nummer drei, dem einzig wichtigen aus ihrer Sicht. Und in diesem Zusammenhang muss ich Astings ein großes Lob aussprechen. Er machte eine einfache und logische Bemerkung, der ich zunächst keine besondere Beachtung schenkte. Die falsche Adresse auf ihrem dritten Brief an mich war wirklich eine sehr clevere Idee, Mr. Clark. Ich ließ mich tatsächlich täuschen und hielt es für ein Versehen, dass sie White Horse statt White Haven geschrieben hatten. Nur Astings bemerkte scharfsichtig, dass der Brief auch absichtlich falsch adressiert worden sein könnte. Und er hatte Recht. In dieser einen simplen Tatsache lag die Antwort auf eine Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt hatte. Warum schickte der Mörder die Briefe an Hercule Poirot, einen Privatdetektiv und nicht an die Polizei? Ich vermutete fälschlicherweise, dass er persönliche Gründe dafür hatte. Keineswegs. Sie schickten die Briefe an mich, weil es zu ihrem Plan gehörte, diesen einen Brief falsch zu adressieren, damit er erst auf Umwegen bei mir landete. Sie hätten seine Ankunft nicht auf diese Weise verzögern können, wenn sie ihn an Scotland Yacht gerichtet hätten. Sie brauchten eine Privatadresse. Außerdem genossen sie es in ihrer chauvinistischen Engstirnigkeit, einen Ausländer zum Narren zu halten. Die Polizei sollte erst auf die Spur gesetzt werden, wenn der Mord bereits geschehen war. Der allabendliche Spaziergang ihres Bruders bot ihnen eine gute Gelegenheit. Und in der allgemeinen ABC Hysterie, die nach diesem Mord ausbrach, kam niemand auf die Idee, sie zu verdächtigen. Mit dem Tod ihres Bruders war ihr Ziel erreicht. Aber wenn die Morde nun ohne Grund aufgehört hätten, hätte vielleicht irgendwer die Wahrheit gewittert. Und weil es ihrem Sündenbock, dem unauffälligen Mr. Cass, so leicht fiel, unsichtbar zu bleiben, hatte bisher noch niemand gemerkt, dass derselbe Mann in der Nähe aller drei Tatorte gesehen worden war. Aus diesen Gründen sahen sie sich gezwungen, noch einen Mord zu begehen und diesmal eine unübersehbare Spur zu Mr. Cass zu legen. Sie entschieden sich für Doncaster. Ihr Plan war sehr einfach. Sie würden ohnehin am Tatort sein, alles lief gut, Mr. Cass ging ins Kino. Sie setzten sich ein paar Plätze von ihm entfernt in dieselbe Reihe. Als er sich erhob, standen sie auch auf. Sie datten als würden sie stolpern, beugten sich über den Sitz vor ihnen, erstachen einen schlafenden Mann, ließen den ABC-Fachplan auf seine Knie fallen und schafften es, in dem dunklen Gang heftig mit Mr. Cass zusammen zu stoßen, das Messer an seinem Ärmel abzuwischen und es ihm in die Manteltasche zu Opfer auszusuchen, dessen Nachname mit einem D begann. Irgendwo in der Nähe saß sicher irgendwer mit den passenden Initialen. Daher würde die Polizei annehmen, sie hätten den Falschen erwischt. Und nun, liebe Freunde, betrachten wir den Fall einmal aus der Perspektive von Mr. Cass, dem vermeintlichen ABC-Mörder. Der Mord in Andover beunruhigt ihn noch nicht sonderlich. Der in Bexel überrascht und erschreckt ihn. Schließlich war er schon wieder zur selben Zeit in derselben Gegend. Es folgt der Mord in Chersten, der noch mehr Schlagzeilen macht. Drei Morde und er war jedes Mal in der Nähe des Tatorts. Epileptiker haben manchmal Absenzen. Danach wissen sie nicht mehr, was sie taten. Dann erhält Kast den Auftrag nach Donkester zu fahren, wo er pflichtbewusst seine Arbeit erledigt. Nachmittags geht er dann ins Kino. Vielleicht döst er dort ein. Stellen sie sich seinen Schock vor, als er bei seiner Rückkehr in sein Gasthaus das Blut an seinem Ärmel und das blutige Messer in seiner Tasche entdeckt. Damit werden all seine dunklen Ahnungen zur schrecklichen Gewissheit. Er selbst ist der Mörder. Dessen ist er sich nun ganz sicher. Danach verhält er sich wie ein gejagtes Tier. Er versteckt das Messer hinter dem Garderobenständer in der Eingangshalle seiner Pension in London. Dann wird er gewarnt, dass die Polizei auf dem Weg zu ihm ist. Das ist das Ende. Das gehetzte Tier unternimmt einen letzten Fluchtversuch. Ich weiß nicht, warum er nach Endover zurückkehrt. Vielleicht will er sich den Ort des Verbrechens ansehen, an das er sich überhaupt nicht erinnern kann. Er hat kein Geld mehr. Er ist erschöpft. Seine Füße tragen ihn noch bis zum Polizeirevier. Mr. Kast ist davon überzeugt, dass er die Morde beging, klammert sich jedoch verzweifelt an das Alibi für den zweiten Mord. Als ich ihn besuchte, sah ich sofort, dass er nicht der Mörder war und dass er mich nicht kannte. Und nachdem er mir alles gestanden hatte, war ich mehr denn je davon überzeugt, dass meine Theorie stimmte. Ihre Theorie ist absurd, sagte Franklin Clark. Poirot schüttelte den Kopf No 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 Mr. Clark Sie waren sicher, solange niemand sie verdächtigte. Doch nach dem ersten Verdacht gegen sie war es leicht, Beweise zu finden. Beweise? fragte Clark. Oui, oui. Ich fand den Stock, den sie für die Morde in Andover und Justin benutzten in einem Schrank in Comside. Zwei Leute, die sie aus dem Kino kommen sahen, als sie eigentlich auf dem Rennplatz sein sollten, identifizierten sie auf einem Foto, das ihnen zusammen mit einem halben Dutzend anderer vorgelegt wurde. Auch Millie Heiley aus Bexhill und eine Kellnerin aus dem Rasthaus Gallet Runner, wo sie mit Betty Barnard wenige Stunden vor ihrem Tod zu Abend aßen, erkannten sie wieder. Und schließlich hinterließen sie einen Fingerabdruck auf Carsts Schreibmaschine, der Schreibmaschine, die sie, wenn sie unschuldig wären, nie angefasst haben könnten. Sie haben gewonnen, Mr. Poirot, aber es war den Versuch wert. Mit einer unglaublich schnellen Bewegung zog Clark eine kleine Pistole aus der Tasche und hielt sie sich an den Kopf. Aber es folgte kein Knall, nur ein leises, harmloses Klicken. Verdurzt sah Clark die Waffe an und stieß einen Fluch aus. No, no, Mr. Clark, wie Sie vielleicht bemerkten, hatte ich heute einen neuen Diener. Das war ein Freund von mir, ein geschickter Taschendieb. Er holte die Pistole aus ihrer Tasche, entlud sie und steckte sie wieder hinein. Einen so leichten Tod werden Sie nicht sterben, Mr. Clark. Sie, Sie! Clark war puterot vor Wut. Ihm fehlten die Worte. Er ballte drohend die Faust. Zwei Kriminalbeamte von Scotland Yard tauchten aus dem Zimmer nebenan auf. Einer von ihnen war Chrome. Er sagte den altbekannten Spruch auf. Ich weise sie darauf hin, dass alles, was sie sagen, gegen sie verwendet werden kann. Dann führten die beiden Franklin Clark ab. Megan Barnard seufzte tief. Oui, oui, der Albtraum ist vorbei. Poirot wandte sich an Fraser. Die ganze Zeit quälte Mademoiselle Megan die Angst, dass sie den zweiten Mord begangen haben könnten. Eine Zeit lang dachte ich das selbst, sagte Donald Fraser ruhig. Wegen ihres Traums. Der ist leicht zu erklären. In ihrem Herzen beginnt Mademoiselle Megan den Platz ihrer Schwester einzunehmen, aber so kurz nach deren Tod wollten sie diesen Gedanken ersticken, auslöschen. Frasers Blick schweifte zu Megan hinüber. Haben sie keine Angst zu vergessen. In Mademoiselle Megan haben sie ein Mädchen gefunden, wie es nur wenige gibt. Und guère magnifique. Donald Frazers Augen leuchteten auf. Da haben sie wohl recht. Wir scharrten uns alle um Poirot. Diese Fragen Poirot, hatten sie einen tieferen Sinn? fragte ich. Einige waren nur ein Bluff, aber etwas erfuhr ich, dass Franklin Clark in London war, als der erste Brief aufgegeben wurde. Und ich wollte sehen, wie er auf meine Frage an Mademoiselle Thora reagierte. Sie nahmen wenig Rücksicht auf meine Gefühle, sagte Thora Gray. Ich glaube nicht, dass sie mir eine ehrliche Antwort gaben, Mademoiselle. Und Und jetzt wurde ihre zweite Hoffnung enttäuscht. Franklin Clark wird das Vermögen seines Bruders nicht erben. Sie warf den Kopf hoch. Besteht irgendeine Notwendigkeit, dass ich noch länger hierbleibe und mich beleidigen lasse? Nicht die geringste, Mademoiselle. Poirot hielt ihr höflich die Tür auf. Dieser Fingerabdruck war der endgültige Beweis, sagte ich nachdenklich. Damit wollte ich Ihnen nur eine Freude machen, mein Freund. Aber Poirot, stimmte das mit dem Fingerabdruck etwa gar nicht? No, no, den habe ich dort zu erfunden, mon ami, erwiderte Hercule Poirot. Ich muss noch von dem Besuch berichten, den Mr. Alexander Bonaparte Kast uns ein paar Tage später abstattete. Nachdem er Poirot ausgiebig die Hand geschüttelt und sich überschwänglich und unbeholfen bei ihm bedankt hatte, erzählte er, wissen Sie was, eine Zeitung hat mir tatsächlich hundert Pfund, ja, hundert Pfund für eine kurze Schilderung meines Lebens und meiner Geschichte angeboten. Also, ich würde mich nicht mit hundert Pfund abspeisen lassen. Seien Sie nicht so bescheiden, verlangen Sie fünfhundert und beschränken Sie sich nicht nur auf eine Zeitung. Meinen Sie wirklich? Ja, natürlich, schließlich sind Sie zur Zeit praktisch der berühmteste Mann Englands. Mr. Custs hängende Schultern strafften sich. Das Geld kommt mir sehr gelegen. Ich werde mir einen kleinen Urlaub gönnen. Und ich möchte Lily Mabry etwas Schönes zur Hochzeit schenken. Sie ist ein Liebesmädchen, ein ganz liebes Mädchen, Mr. Poirot. Er drückte Poirot die Hand. Sie sind ein wirklich großer Mann, Mr. Poirot. Wie gewöhnlich wehrte Poirot nicht verlegen ab, sondern nahm das Kompliment gelassen entgegen. Es gelang ihm nicht einmal bescheiden auszusehen. Mein alter Freund lächelte mich an. So, Echstings, nun waren wir wieder auf Verbrecherjagd, nicht wahr? Vive le sport! Sie hörten? Die Morde des Herrn ABC von Agatha Christie Aus dem Englischen von Renate Weitbricht Gelesen von Rainer Bock